Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sorbin von Pixelbeef und im TeamSpeak befindet sich wie immer der Bobo Rossa, hallo! Ja, guten Tag und wir sind heute zum ersten Mal in einer Form von Podcast, das heißt, ihr könnt eigentlich, ihr braucht gar nicht gucken, ihr könnt das unten irgendwo minimieren und uns reden zuhören, zuhören zum Reden, ach ich hab keine Ahnung, und ja, haben uns gedacht, dass wenn man Neuigkeiten sind, die wir euch mitbringen oder auf den Weg bringen möchten, dann machen wir einfach mal einen Podcast, der in naher Zukunft auch auf iTunes veröffentlicht wird, ich hab dieses solchen Programm, ich hab das solchen Programm schon auf meinem PC und ganz ehrlich, ich krieg jetzt schon die Krise, weil jetzt muss ich noch irgendeine App für dieses Programm laden, eine Podcasts-App, damit ich dann diesen Podcast in einer, ähm, in MP4 oder irgendwie sowas brauchen sie, ähm, dann dort hochladen kann, aber das wird alles noch ein bisschen kommen, das dauert aber, keine Ahnung. Ja, iTunes ist ja eine große, äh, Plattform für Podcasts, ich war mir nicht bewusst, dass du, ähm, den Podcast auch dafür geplant hast, das ist aber eine gute Sache. Och klar. Ich dachte eigentlich noch, dass wir noch vielleicht sogar Sachen einblenden würden in, 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 auf YouTube quasi. Das kann man ja noch machen, das ist ja dann so, ne, das, das kann ich dann als, äh, als, äh, Schmankerle auf unserem Channel, äh, nochmal mit, mit einbinden. Das werde ich auch bestimmt morgen tun, weil es gibt so ein paar Themenbereichen, wo ich auf jeden Fall mal ein paar Bilder einwerfe, denn es ist momentan die E3 in Los Angeles. Seit Montag gibt es die ganzen Pressekonferenzen. Seit 4 Uhr nachts deutscher oder europäischer Zeit, mittel-europäischer Zeit war die Bethesda, Bethesda, äh, Pressekonferenz. Und da ich Urlaub habe, habe ich mir alles reingezogen, wirklich alles. Und ich weiß, dass der Crafted Mecca heißt da, ne, genau. Ich glaube, er hat, wenn ich, wenn ich so ein bisschen Twitter verfolgt habe, ähm, hat er tatsächlich auch den Pete-Stream gesehen, den ich auch, ähm, mitverfolgt habe. Und ich glaube, der Gute war auch so ziemlich komplett mit dabei. Er hat auch auf einem unserer Twitter-Tweets geantwortet, ähm, aufgrund von Electronic Arts, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Weil wir sind auch ein bisschen aktiver wieder in Twitter geworden. Ich hab da eigentlich, war ich die letzten Tage recht fleißig in der Form. Ich hab da... Ja, Sorben ist ja zurück und ist recht fleißig. Und, äh, er hat sich die ganzen Pressekonferenzen angeguckt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, über Bethesda's Konferenz zu reden, oder? Ja. Da waren alle sehr gespannt drauf. Ja. Und was ist das Highlight? Fallout 4. Fallout ist ja wohl, ey, das ist jetzt, mal ganz ehrlich, hätte ich nicht mitgerechnet, ne, vor... Also, das ist ja schon seit ein paar Tagen schon bekannt, dass das, ähm, rausgekommen ist. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hätte nicht damit gerechnet. Das Erste, was ich von Fallout 4 gehört habe, war, ich war zufällig auf Reddit und da war direkt auf dieser Frontseite die Sachen, die hochgeworden, war ein großer Shitstorm wegen Fallout. Und ich klicke das so drauf und Fallout 4, guckt euch das an und die meisten haben wegen der Grafik gemeckert. Das war irgendwie der Grund. Und da gab es auch zwei Fraktionen, die dafür und die dafür dagegen waren. Wie ist denn das jetzt da gewesen mit der Grafik? Ähm, ja, es soll wohl... Es war... Ja, es kam ja vor... Boah, lass mich nicht lügen. Ich glaube, vor circa einer Woche kam ja ein Trailer raus. Vielleicht auch ein bisschen länger ist es her. Kam ein Trailer raus, wo man... Wo Experten, diese Anführungsstrichen, das ist ja immer so... Ja. So, 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 so nett, ne? Ähm, die dann daraus analysieren wollten, wie gut oder wie schlecht die Grafik ist. Ähm, ich meine, es ist ja bekannt, dass Fallout jetzt nicht so die Grafikperle war, ne? Wenn man jetzt an Fallout 3 oder Fallout New Vegas hieß es, ne? Ja. Es war immer angemessen. Es war immer die Atmosphäre, die da wichtig ist. Das Gameplay, ich meine, Fallout hat genau das präsentiert, was man haben wollte. Nämlich die Katastrophe nach so einem, äh, riesen, äh, was war das? Äh, Atomschlag, ne? Atomschlag, ne? Kein... Ja, das war, das war USA gegen China. Ah, genau, so war das. Die haben sich kaputt gebombt. Ja, genau. Und, und ich meine, da kam halt wirklich, ne? Da warst du halt draußen oder bist durch das, durch diese Steppen gegangen und das war halt wirklich, ne? Mit Gaunern und, 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 und komischen Viechern, die da, ne? Ja, das war halt zweiköpfigen Kühen, die Brahims. Ja, die waren süß. Alle schöne Sachen. Süße Tiere, süße Tiere. Ja, und, ähm, jetzt hat man aber in-game Sachen zeigen können bei Fallout, ähm, wo die Grafik, also es gab ein paar, paar Screenshots, in-game Screenshots und die Grafik ist gut, die ist vollkommen in Ordnung. Und was hab ich denn davon, wenn ich nen, ähm, Crysis 3, wir hatten noch damals, glaub ich, Crysis 3 zusammengespielt, ich weiß es gar nicht mehr. Crysis 2 war das, glaub ich. Wir waren aber auch enttäuscht, ja. Ja, sah total gut aus, aber das Gameplay war für den Arsch. Ja, und ich denke mal, das ist so ein bisschen, also das, ähm, wichtigste ist ja, dass ein, dass ein Spiel, äh, dass es, a, lang ist, ich mein, ein Call of Duty, was ist, wie lang ist es, sechs Stunden, ähm, a, dass es lang ist und dass es fesselt, genau, es muss halt fesseln, ne? Und, also ich find die Grafik, die ist gut und das ist sehr, meckern auf hohem Niveau. Die haben irgendwie drei, vier Jahre gewartet, die Fans haben geheult bis zum Gehtnichtmehr und dann gibt's diese typischen Trolle, die dann sagen, äh, warum hast du denn und warum ist denn jetzt die Grafik nicht up to date? Ja, ist doch scheißegal, da hoffst du das Spiel ist gut. Ja, die Leute spielen ja auch immer noch Skyrim, obwohl das Spiel ja auch schon ein paar Jahre gealtert ist und es wird auch Mods wieder geben. Also Fallout wird definitiv wieder ein gutes Ding werden. Auf jeden Fall. Und einfach angucken. Und ich hab den Pitboy, ich hab mich so gefreut. Oh ja, er hat die CE sich geholt und die ist tatsächlich in immer halb von Minuten ausverkauft. Ja, ich glaube. Wie hast du das geschafft? Ich hab, keine Ahnung, ich hab das zufälligerweise, ich hab ja, ich hab ja Facebook eigentlich hauptsächlich für so News, ne? Ich weiß auch nicht warum, denn ich hab dann irgendwie zig Sachen da drin, wie Playmessive, GameStar, GamePro, ähm, die Rollenspielmesse und die hat auf meine gepostet, oh, es gibt die Pitboy Collectors Edition bei Amazon im deutschen Store und ich hab die letzten Tage immer wieder reingeschaut. Und da ich ja auf Xbox wechsle sehr viel oder sehr viel auf Xbox spiele, war die Xbox Pitboy Edition noch da. Ja, die PC Pitboy Edition wohl auch noch, aber alles andere war schon ausverkauft, dann hab ich die noch schnell, ähm, mir vorbestellen können und ich glaube fünf Minuten später war sie komplett weg. Welche hast du denn jetzt geschnappt eigentlich? Die Xbox Version. Da gibt's dann auch später Mods drauf, ne? Ja, genau. Das haben wir auch angekündigt, ne? Ja, das ist, äh, das haben wir zwar in, 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 in den nächsten Bereich, aber das können wir ruhig hier einbringen. Ähm, Fallout hat halt so ein, weiß ich nicht, das ist ja immer so zwischen Sony und, und, äh, Microsoft gibt's ja immer diese, diese Schwanzvergleichen, ne? Hier, da, jetzt können wir, machen sie da was für mich und hier machen sie was für für ihn und bla bla. Und es ist ja sowieso, dass Fallout halt, ähm, die Mod-Unterstützung auf Xbox One und auf dem PC bekommen wird. Ich denke mal, es wird früher oder später, so wie ich's in der Pressekonferenz verstanden hab, aber auch für die Playstation kommen. Und ich finde das auch gut so, weil, warum soll das Ganze denn nur auf PC und auf Xbox sein? Und die Mods sollen kostenlos sein auf Xbox. Das ist, ähm, wohlgemerkt ein positiver Punkt, denn wenn man an Minecraft denkt, da muss man für Skins echt Geld bezahlen. Also, es ist ein bisschen armeidig. Unerhört. Ja, auf jeden Fall. Unerhört. Bezahlst du Geld und nicht wenig. Das sind Spieleinhalte. Ja. Na gut. Also, so viel eigentlich zu Fallout, aber Bethesda hat noch ein paar andere Sachen gezeigt, richtig? Richtig, Doom, du bist doch ein alter Doomhase, oder? Ich muss ja ehrlich sagen, ich hab damals, was ist das, Doom 3, als wir mal bei dir, bei uns auch verladen waren. Also, Doom 3 war nie so mein Ding. Aber ich kann dir sagen, als ich acht Jahre alt war, hab ich Doom 2 gespielt und bin wohl schreiend aus dem Zimmer gerannt. Also, alter Doomhase kann man nicht wirklich sagen. Das war, ich hatte immer Angst von den Gehirnten, von den Gehirnten mit den Raketenwerfern. Große Angst. Aber ich hab's ins letzte Level geschafft und hab diesen Teufelsgesicht an der Wand gezeigt, wie's geht. Aber, ähm, ja. Doom hat mich bei Doom 3 schon nicht ganz so beeindruckt, muss ich sagen. Ich mochte diesen Horror-Effekt irgendwie nie so richtig leiden. Ähm, ich hab eigentlich eher wegen Schnetzeleien gespielt, muss man sagen. Okay. Und, ähm, bei Doom, bei Doom 4 ist das ja jetzt, gibt's auf jeden Fall eine Menge Schnetzeleien. Aber ich hab das Gefühl gehabt, dass es doch leichter wurde. Oder es ist ja auch vielleicht nur ein Trailer zusammengesteckt. Aber es gab halt pro Mob, der da getötet wurde, gab's halt sofort Loot und du wurdest geheilt. Und ich hab das Gefühl, es gab immer nur maximal drei Gegner gleichzeitig. Und der hat die einen noch einen anderen so bequem erledigt, ne. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist wie beim alten Doom, du gehst in ein Zimmer rein, plötzlich öffnen sich fünf Wände, Monster kommen, sechs verschiedene Arten, äh, es gibt irgendwas auf dem Boden, musst du ausweichen, musst dann hin und her rennen, du strafest dann durchs Level und du rennst da wie ein Affe rum, während er da ja irgendwie schon gemächlich durchs, durch dieses kleine Level da schreitete und ein Monster nach dem anderen kam. Aber du hattest da ein anderes Gefühl dafür, oder? Ja, ich muss allerdings auch sagen, dass ich echt überhaupt nicht so dieser Doom-Spieler bin, ne. Also ich bin ja jetzt echt gar keiner, der jetzt sagt, hier, ich spiel jetzt Doom bis zum Abwinken, ähm, ja, ich hab's eigentlich, ich bin ja ein bisschen Angsthasen, muss ich ehrlich sagen, ich würd mir Doom nicht kaufen, weil, äh, Horrorspiele, ich mein, ähm, da muss nur, bei, ich weiß noch, bei Harry Potter damals, im Film, da ist irgend so ein Scheißer, da waren wir ja im Kino mit, mit unseren Kumpels. Da ist eine Hexe gegen einen Schutzschild gefühlt. Ja, und ich war voll am Zucken, genau. Genau, also es ist, es ist so, selbst in dieser, äh, in dem Lego Let's Play erschrecke ich bei dem T-Rex, also Horrorspiele ist einfach nix für mich, also das ist, ähm, aber ich fand's doch relativ actionreich, aber ich kann halt auch nicht, äh, das wirklich so sagen, wie es zuvor halt war. Wenn du sagst, okay, das war früher ganz anders, denn da kamen viel, viel mehr Leute mir entgegen und es waren eher so eine Schnetzel, leider muss ich dir recht geben. Also, so wirklich viele Gegner waren das nicht gewesen, aber es ist wohl, der automatische Heileffekt ist wohl nicht da, wenn ich das so richtig gelesen habe, also, ähm, es ist ja auch heutzutage so ein bisschen Trend in diesen ganzen Shootern geworden, dass ich geh um, um die Ecke und mein Life ist wieder auf, auf 100 Prozent, das ist ja das, was mir bei COD irgendwie auf den Sack geht, ja, du bist da einen am Hidden und der ist fast tot und dann geht er um die Ecke und das war's. Mhm, ja, was nur mein Problem war, ist nicht, dass es, ich, äh, glaub nicht, dass es sich automatisch geheilt hat dort, aber dass der Monster, den man tötet, das droppte halt HP. Ja gut, ist ja fast das Gleiche, ey. Du musstest du die HP, musstest du, äh, irgendwo finden, die hast du dann teilweise auch in Cycles gefunden, die waren versteckt, du musstest ein Level kennen oder absuchen, um halt, äh, wieder volle HP erlangen zu können. Ich find das sowieso. Und hier hast du halt, du tödest einen, du wirst geheilt. Ich, ich. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich find das sowieso irgendwie viel geiler, wenn man, wenn man diese, diese alten, diese, diese alte Mechanik wieder hat. Das war ja bei, ähm, Resident Evil oder bei Dino Crisis, damals auf der Playstation, da war das ja auch so, ja, das war ja diese, diese Third-Person-Sichten und, äh, wenn du da Half, Half-Life warst und du hattest nichts zum Heilen, bei Resident Evil waren's ja diese Heilkräuter, ähm, dann hast du Pech gehabt, ne? Dann bist du halt beim nächsten, bist du da gestorben. Und jetzt ist es, Alter, es ist ja überall. Bei Battlefield ist es so, bei COD ist es so, bei zig anderen Shootern, die mir jetzt gerade nicht einfallen, ist es aber auch. Also, es ist schon leider sehr hoher Trend geworden. Ja, leider. Also, und das liegt nicht an den Konsolen, wenn ich das hier mal ... Nee, nicht unbedingt, es liegt allgemein, dass man, dass Spiele jetzt für jedermann ist und jedermann möchte nicht unbedingt immer gefördert, gefordert werden. Genau. Ähm, das ist so viel einfacher, einfach da durchzulatschen. Ist schade, ist schade. Aber wir, wir werden sehen, Doom kommt, ich weiß nicht, dieses Jahr kommt so nicht, Fallout kommt dieses Jahr am, ich hab's vorbestellt, am 10. Am 10. November und ich habe am, wann hab ich Urlaub eine Woche, ich glaube irgendwie drei, drei Tage später, wann hab ich denn nochmal Urlaub gehabt, ich guck nochmal. Ey, das, ich hab sogar in der Woche, glaub ich. Also, das heißt, wenn Fallout kommt, hab ich passend frei und, ähm, dann werd ich auf jeden Fall auch was aufnehmen, das werdet ihr dann hier live auf unserem Kanal sehen. Das wär nice. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann gibt's da noch, noch was von Bethesda, wofür ich überhaupt keine Begeisterung aufbringen konnte, ehrlich gesagt. The Elder Scrolls Legends. Das ist ein, ja, Kartenspiel in Form von Hearthstone, also ist, äh, wie nennt man diese Kartenspiele? Du bist doch hier Kartenspieler. Sammelkartenspiel. Ich weiß nicht, ob die, äh, auf dem PC schon einen eigenen Namen haben. Ach, scheiße. Magic hat das jetzt auch für einen PC-Release und Hearthstone ist quasi dem nachempfunden und es heißt nichts anderes, als du kannst Karten kaufen und, äh, es ist ein ziemliches Geldmaschine geworden, solche Spiele. Ja, es ist, es ist enorm. Und deswegen macht's jetzt jeder. Ich muss auch sagen ... Jeder, der ein großes Franchise hat, der fängt an, solche Spiele zu konzieren. Genau, ich muss auch sagen, bei Hearthstone hab ich Unmengen an Geld reingesteckt. Und, und oft ist es ja halt so, du kaufst etwas und du weißt nicht, was du kriegst. Im Real Life hast du das auch, was weiß ich, bei, ähm, Magic hast du ja auch deine Packs geholt, aber hast deinen Unterfreunden tauschen können, wenn der eine die Karte hatte und der andere nicht. Und das hast du ja bei Hearthstone oder bei, ähm, Magic weiß ich's nicht. Ich kann jetzt erst mal nur so von Hearthstone reden, da hast du das ja nicht. Da tust du dein Geld ausgeben, das, das schmeißt du da, ähm, auf den Tisch. Ja, was weiß ich, ich glaube, so ein Pack kostete zwei, drei Euro oder so. Und wenn du alle, alle Karten doppelt hast, hast du Pech gehabt. Wow, du konntest Staub machen, super. Ja, so, äh, nicht so ... Ja, du hattest was in der Hand, wenn du Magic gespielt hast. Genau. Und die Karten von Magic immer noch irgendwo rumliegen. Ja, das auch. Und ich hab einen Arbeitskollegen, der hat wohl ein paar Tausend Euro im Wert in Karten, weil er wohl ein exzessiver Spieler war, aber der hat die halt noch. Ja, und das ist halt, ne, ich find's auch wesentlich besser. Naja, es soll halt so rauskommen, es soll auch ein Free-to-Play-Titel werden, das heißt, Pay-to-Win-Fragezeichen. Ja, denke ich auch, ne, klar. Ähm, du musst halt Karten kaufen, damit du besser wirst. Genau. Oder es ist halt so, dass du etlich lange brauchst, bis du alles hast. Ich mein, es gibt viele Hardstone-Spieler, die, ähm, kein Geld dafür ausgegeben haben, wie sie sagen, aber trotzdem ist es halt, ne, wenn du ganz oben mitspielen willst, ist es halt schwierig, außer du bist ein Trump in Hardstone, das ist ein Spieler, ähm, der früher recht gut war oder so, dann geht's doch so. Aber ansonsten, denke ich mal, ist es, ja, ne, Geldmacher. Und das war eigentlich alles von Bethesda. Bethesda ist ja jetzt nur eine kleine Spieleschmiede verhältnismäßig zu anderen. Ja, aber trotzdem. Äh, Picassi noch kommen, ne? Microsoft! Uh! Microsoft, genau. Ich bin ja ein kleiner Fanboy, also alles das, was jetzt kommt, kann zu 80 Prozent, äh, zu 50 Prozent nicht immer so. Ähm, ja. Ich bin immer skeptisch an Microsoft, aber das erste Ding, wo ich eigentlich sogar so gar nicht für bin, muss ich sagen, das sieht richtig schick aus. Und jeder, der es gesehen hat, denkt sich, boah, was ein tolles Teil. Willst du es mal ankündigen? Mein Penis? Scheiße. Nein. Den, äh, Microsoft Elite-Controller, meinst du den? Oder? Ja, den vielleicht, ja, ja. Oder? So ziemlich. Die HoloLens gibt's ja auch noch. Nein, ja. Die HoloLens gibt's auch noch, aber den, den Controller. Den Microsoft Elite-Controller, ich hab's gefeiert, denn ich war kurz davor, mir einen SCUF-1-Controller zu kaufen. Jetzt fragen sich viele, was ist ein SCUF-1? Ein SCUF-1-Controller ist genau ein Microsoft Elite-Controller von einem Dritthersteller, kann man sagen. Das heißt, sie sind relativ bekannt gewesen, man konnte sich auch die wippen, ihr werdet jetzt ein Bild sehen, irgendwo links, rechts, oben, unten, ich weiß nicht wo, ähm, gibt es Wippen, die man unten dran bauen kann, um dort die Tasten schneller zu erreichen, um schneller, ähm, ja, kommt drauf an, welche Spiel man halt spielt, ne, um halt schneller an Tasten zu kommen, um diesen Weg zu minimieren, kann man sagen. Das Ganze gab es früher schon, das war ein SCUF, ein SCUF-1, der kostete zwischen 150 und 200 US-Dollar, ähm, je nachdem, was man alles haben wollte und man musste sich vieles zuvor schon mal festlegen. Man hat zuvor schon sagen müssen, ich will Sticks haben, die ein bisschen größer sind, ich will Sticks haben, die ein bisschen kleiner sind, ähm, ich will, äh, zwei Wippen unten, unten, unten drunter haben oder ich will vier Wippen unten drunter haben, ich will eine Gruberung haben, ja, nein. Also alles relativ, äh, musste man davor, ja, fertig machen, ich gebe euch unten auch mal einen Link rein, da könnt ihr mal draufklicken, dann wisst ihr, von was, von was ich spreche. Ich muss mir das mal eben dahinter schreiben, dass ich da mal eben noch ein Bild reinmache, sonst vergesse ich das nachher. Also, Bild und SCUF. So. Und, ähm. So, also ich bin dann, oh, ja, ist ja weiter. Ja, ja, ich, ich, äh, ich, ich hole jetzt erst nochmal eben kurz ein bisschen auf. Naja, gut, und das kostet ungefähr 200 Dollar. Ungefähr. Also, wenn, wenn man ihn so haben will, wie der Microsoft Elite Controller. Bei dem Elite Controller ist es jetzt aber so, der kostet 149 Dollar und man geht davon aus, dass er auch so viel in Euro kosten wird. Das ist erstmal ganz viel, denken sich viele. Es gab deswegen auch schon ein bisschen Flame. Ähm, ich kann mir aber auch eine Tastatur kaufen, die 30 Euro kostet oder die 180 Euro kostet. Also, von daher finde ich, wenn man, ähm, auf sowas steht und ich stehe da total drauf, ich bin da total gehypt von, dann, äh, kann man sich das holen. Dieses ganze Ding ist so, dass die, dass man die Sticks vorne austauschen kann. Die sind via Magnet befestigt, die wohl auch ziemlich fest sein sollen, laut Berichten der E3. Und dieses Steuerkreuz kann man halt auch mit diesem, ja, achteckigen, runden Pinöppel da austauschen. So, dass man gerade bei Beaten-Ups wie Tekken vielleicht, ähm, die Tricks oder die Kombos besser ausführen kann. Man kann die hinteren, ähm, Trigger-Tasten, die kann man halt feststellen, so, dass es wie ein normaler Knopf ist, ist gerade bei, ähm, Shootern wichtig. Ne, weil man über diese Tasten halt schießt und, ähm, kann sie dann aber auch wieder weichstellen für Rennspiele. Und so ist es halt mit den, mit den, mit den Wippen unten drunter auch, kann ich zwei oder vier nehmen und kann sie halt variieren, was ich beim SCUF-Controller nicht kann. Und Sticks habe ich drei Größen dabei und das habe ich halt beim SCUF nicht. Da muss ich im Vorfeld sagen, was ich haben will. Jetzt bist du dran. Ja, also ich bin ja eigentlich totaler Vertreter PC Master Race und ich, äh, mit dem Controller komme ich nicht klar. Letztes Mal, wo ich mit Controller gespielt habe, öfters war die N64 damals oder sowas. Ja, stimmt. Also, wirklich regelmäßig irgendwas. Oder auf meiner Playstation 1. Und selbst da konnte ich nicht gut wie jetzt einen Shooter spielen und habe die Analog-Sticks nicht benutzt. Aber ich muss schon vorher sagen, ich hatte ein paar Mal den Xbox-Controller in der Hand, den 360 und den One glaube ich noch nicht. Doch, bei mir hattest du, du hast... So, die sind sich aber anscheinend sehr ähnlich. Ähm, ich muss sagen, die halten sich sehr gut in der Hand, waren schon immer ziemlich gut und besser als die, ähm, Konkurrenz. Und jetzt legt wirklich Microsoft nochmal nach. Und ich finde es sehr gut, dass man anpassen kann. Ich finde es sehr gut, dass man Sachen umstellen kann. Ich mochte an meiner Peripherie hier mit Maus und so, dass ich mir sehr viel aussuchen kann. Dass ich mir das machen kann, wie ich möchte. Und dass ich damit alles Mögliche kann. Und da entwickelt sich der Controller deutlich weiter jetzt. Und das ist schon mal ganz gut für den Controller. Vor allen Dingen, äh, darf man jetzt auch nicht, ähm, nicht, nicht vergessen, das Ganze ist auch, das ist jetzt die Schattenseite, auch für mich, äh, Windows 10 kompatibel. Also, hast du Windows 10, so kannst du das Pad ohne Probleme an deinem PC. Es ist aber anscheinend laut... ...laut Microsoft nur Windows 10 kompatibel. Oh, das war bestimmt nicht anders möglich, Microsoft. Das war bestimmt unmöglich, das anders zu machen. Ja. Aber es wird Emulatoren geben. Ich denke auch. Mal sehen. Allerdings ist mit, ähm, DirectX 12, ähm, wirst du als Gamer früher oder später eh auf 10 wechseln müssen. Weil, äh, das ist einfach so. So kommt's. Ja, das ist halt immer so und ich denke mal, da kann man nichts machen. Da ich sowieso, ich spiel ja enorm viel an der Xbox und ich hatte auch dieses, diese Schwierigkeit gehabt, dass ich bei Ego-Shootern eben nicht so der Beste bin. Ich bin auch jetzt noch nicht ultra gut, aber ich bin wesentlich besser und ich treffe auch wesentlich besser. Ähm, das ist alles so ein bisschen eine Gewöhnungssache. Allerdings bin ich immer noch der Meinung, und das, ähm, bleibt auch immer bei mir so, dass, äh, natürlich die, die Maus und, äh, die Tastatur gerade in Shootern wesentlich leichter zu spielen ist. Und, ähm, das, äh, wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre nicht so. Ja. Jo, das zum Controller. Ich würd sagen, wir bewegen uns direkt zum nächsten Mal. Ja, wir haben so viel. Anzeigegerät von Microsoft, ne? Ja, die HoloLens. Ja, das ist eine, eine, eine Brille, die man, wo man Hologramme, wie, wie der Name schon sagt, ähm, sich selber irgendwo hinzaubern kann. Und da hat Microsoft auf der Pressekonferenz Minecraft gemacht und hat auf einem kleinen Table, auf so einem kleinen Tisch, ähm, hat die Welt, ein Stück der Welt dort gezaubert. Sah total geil aus, muss ich sagen. Und du konntest halt, oder er hat, indem er dann seinen Kopf da reingedreht hat, konnte er in die Welt gucken. Also, das war schon sehr spannend. Aber, was wir da gesehen haben im Video, das ist ja nicht das, was er da sehen kann. Ich meine, er sieht's ja über die Brille, ne? Ja, aber da gab's. Das heißt, er hat eine durchsichtige Brille und auf dieser durchsichtigen Brille ist quasi, äh, ein Bild. Genau. Auf beiden Augen, ne? Irgendwie so. Und das macht dann so, ähm, Hologramme, die quasi in der Welt sind. Das ist quasi Oculus Rift, nur dass es durchsichtigt. Da ist und mit der Welt was schmelzen soll, quasi, ne? Das ist die Idee. Aber du konntest das, du konntest das schon sehen, weil die haben eine extra Kamera genommen. Die, ähm, diese Kamera hat das Bild von der HoloLens abgebildet. Wie die das gemacht hat, kann ich dir nicht sagen. Da war irgendwas... Zwei Kameras, ne? Ja, ganz, ganz komisch. Die haben's gemacht. Sieht sehr gut aus. Ist natürlich dann, ja, die Preisklasse, ne? Wie, die Preisfrage, wie hoch, wie teuer wird das Ding? Also, die müssen's ja irgendwie für den Endverbraucher schmackhaft machen. Und wenn die tausend Euro kostet, kaufen die nicht viele. Also, das, denk ich mal... Ne. ...wird man auch alles abwarten. Aber viel mehr gibt's da jetzt auch grad noch nicht so zu sagen. Es ist ein ganz tolles Gimmick. Aber ob ich das als Gamer haben möchte, ähm, ja, muss man sehen. Es muss nicht für Gamer sein. Ich glaub, es ist so Lifestyle-Spielerei und so was, ne? Das ist ja dasselbe mit diesen ganzen, ähm, VR-Brillen. Ja, aber will ich so ein Ding den ganzen Tag auf dem Kopf haben? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ja, VR-Brille könnte was werden. Ja. Die HoloLens ist eher nicht so für Gaming. Das ist eher was für allgemeine Sachen. Genau, so für Büro oder so was. Ich weiß, keine Ahnung. Irgendwie in dem Bereich. Naja, kommen wir weiter. Wir haben so viele Punkte, äh, sonst dauert's die fünf Stunden, glaub ich. Ja. Die Xbox ist abwärtskompatibel ab Dezember ungefähr, also Ende des Jahres soll sie abwärtskompatibel sein, in Anführungsstrichen. Das bedeutet, dass man, äh, nun seine alten Xbox-Spiele in die, in die Konsole einlegen kann. Die werden dann aber nicht direkt abgespielt, sondern das System erkennt das Ganze und lädt den entsprechenden Titel kostenlos herunter. Man kann ihn kostenlos spielen. Das war so ein kleiner Seitenhieb nach Sony, weil Sony verlangt halt Geld dafür. Und das ist bei der Xbox One nicht so. Ähm, da werden aber die Spiele nach und nach erst freigegeben. Das heißt, ihr könnt nicht einfach ab, ja, ab Ende des Jahres irgendein altes Spiel da reinstecken. Ihr müsst gucken, ob dieses Spiel schon dafür freigegeben ist oder erhält als Download verfügbar. Ja, ich denke mal, das sind noch überarbeitete Versionen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund für den Download. Sonst wird sich ja Microsoft nicht den zusätzlichen Traffic antun. Ja. Ich schätze, da haben sie was dran gedreht, damit das auch vernünftig läuft. Und deswegen sind auch nicht alle Spiele verfügbar. Aber der, aber, aber den Weg finde ich gut. Also der Move ist ja wohl, äh, ne? Also abwärtskompatibel super. Absolut. Wie weit, wie weit ist das abwärtskompatibel? Haben die das gesagt? Ähm, soweit ich es in der Pressekonferenz verstanden habe, sowohl die 360 wie auch die erste Xbox, die es gab. Bis zum Amiga 3000? Nein. Ne, das ist ja, äh, nicht von, nicht von denen. Ja, ich weiß nicht. Genau. Das ist das erste von Microsoft. Das ist, glaube ich, die erste Xbox. Ja, dann gab's Dark Souls 3. Ja, wurde angekündigt. Ich weiß nicht, hast du Dark Souls schon mal gespielt? Glaub ich gar nicht, ne? Ja, kleine Häppchen hab ich mal gespielt. Ich muss, ich... Und das auch mit der Controller. Das ist so eine Sache, die mich dann wieder abgestreckt hat. Weil es ist wirklich ein Spiel, das, ähm, sehr darauf aufgebaut hat. Und, äh, ich bin noch nie zugekommen, das jetzt selber zu probieren und auch auf dem PC jetzt zu probieren. Ähm, es ist definitiv besser als das, was die meisten Spiele heutzutage bringen. Also Dark Souls bietet eine gewisse, ähm, ja. Äh, das muss halt ein bisschen schwieriger sein. Ich glaube, ich glaube, du wirst, du wirst, du wirst ein Fan davon. Weil du bist ja der, der immer sagt, ja, hier, ne, die Spiele sind mir zu leicht. Also da wirst du mit Dark Souls schon was zu tun haben. Ich glaube auch als Let's Play Together, das machen ja viele, das muss man jetzt mal da so zusagen. Viele Let's Player machen das ja so irgendwie gemeinsam. Das find ich aber auch ganz cool. Also es ist dann immer so, der eine spielt, bis er stirbt und dann spielt der andere bei sich zu Hause gemeinsam. Das hab ich bei den Beans gesehen. Ja, bei den Beans ist es so, bei Pete Smith ist es auch so. Find ich halt super geil. Also nicht, weil das alle machen, sondern weil ich es mit einem Freund find ich halt cool, ne, wenn man dann da zusammenspielt und man muss den Boss zehnmal machen, weil man ihn nicht kriegt. Also es ist super. Auf jeden Fall, der eine kann kommentieren und wenn der andere dann irgendwas versagt, dann kann man sehen, wie der andere sich daran tut. Genau. Äh, schöne Sache. Auf jeden Fall wird Dark Souls 3, äh, ist eine tolle Ankündigung. Ich denke, es ist eine der beliebtesten Reihen inzwischen und es soll auch direkt auf allen Plattformen rauskommen. Find ich auch super. Vielleicht guck ich mir dann auch mal die ersten Teile ab Dark Souls 1 an. Ich weiß nicht, ob es Demon's Souls gibt's, glaub ich, nicht für PC, ne? Leider nicht, leider nicht. Dark Souls 2 hab ich ja auch gespielt. Erst ab Dark Souls 1. Ja, Dark Souls 1 hab ich leider nicht gespielt, 2 hab ich gespielt. Und ich glaube, nach Bloodborne hab ich jetzt nicht erwartet, um Dark Souls 3 zu hören. Wobei, das sind nicht mehr dieselben Entwickler, oder? Ne, das ist irgendwie geteilt. Ich war, ich glaube, bei Bloodborne waren das die, teilweise die, wirklich Demon's Souls, Leute. Genau, die Demon's Souls, teilweise die Demon's Souls-Entwickler, also die, die da mit dran teilgenommen haben. Und Bloodborne hab ich mir das Let's Play von den Pete Smiths mit angesehen, weil ich das halt, fand ich halt ziemlich cool. Nur ich bin halt nicht so der Playstation-Fan. Und, dass ich mir die PS4 halt deswegen nicht kaufe. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ja. Weiter, Early Access, ne? Genau, Early Access für Xbox One. Ganz kurze Sache. Ja, das Ganze soll, ähm, es soll nun einen, äh, soll die, sollen Early Access-Versionen, wie man sie auf Steam kennt, auch auf der Xbox One angekündigt, oder beziehungsweise erscheinen. Und man kann das Geld mit einer gewissen Spielzeit zurückgeben, oder zurückverlangen. Und, wie viel das sein wird, also, wie viel ich spielen darf, wenn ich nur zwei Stunden spielen darf, finde ich, ist immer schwierig, ein Early Access-Game daraufhin, ja, zurechtzuweisen. Ja, weiß ich nicht, ich, ich halte von Early Access nicht mehr so viel. Irgendwie ist alles nur noch Early Access, wenn du in Steam guckst. Es wird so viel ausgenutzt, denke ich. Es gibt die Leute, die brauchen das, um überhaupt ein Spiel erst ins Laufen zu bringen. Ja, das ist dann ja auch okay. Und eine Firma, die sind nur ein paar Mann, ne, ich sag da jetzt, äh, natürlich RoboCraft an der Stelle, ne, und, ähm, um natürlich so ein Spiel auf die Reihe Beine zu stellen, musst du irgendwo schon mal Geld herbekommen. Äh, sei es durch einen Early Access-Verkauf, wenn das Spiel halt schon irgendwie spielbar ist, oder durch ein Crowdfunding, und dann ist das in Ordnung. Aber warum machen große Firmen Early Access und all sowas, dazu kommen wir später auch noch, denke ich, zu dem Thema. Ja, es ist, es kommt ja auch immer so, ich finde, bei RoboCraft, die machen's richtig, ja, da ist es halt wirklich so, ich meine, ich spiel das Spiel ja selber nicht so aktiv, ich hab's immer so ein bisschen gespielt, aber ich krieg's ja auch von, von dir immer wieder mit, die machen ja immer irgendwas, ja, es ist ein kleines Team, das jetzt größer wird, weil sie es sich leisten können, sie machen neue Game-Bereiche rein, sie machen auch mal einen Block, der rund wird, also es ist kein Block mehr, sondern ein Runder, wie auch immer. Oder halbrund, wie auch immer. Ähm, das sind halt alles so Sachen, die, die sind positiv. Es gibt aber auch Negatives, wie zum Beispiel Next Car Game. Das ist der Nachfolger von, ähm ... Ja, Next Car Game, genau. Genau, das ist der Nachfolger von dem Spiel, was wir auf LAN oft gespielt haben. Welchen Namen hier jetzt? Ja, wir hatten Spann, äh, war das Flat Out? Flat Out, genau. Da von der Nachfolger. Das, da wird nix mehr gemacht. Ich hab dafür, ich weiß nicht, 20 Euro. Das ist jetzt ... Traurig. Weg, und das ist das, was ich ... Weg ist es. Genau, und da ist es halt sogar so, das dürfen sie auch noch, aber es ist, ja ... Oder was war mit Cube World? Cube World, ja. Da haben wir auch gespielt. Cube World, leider. War nichts. Fand ich ein super Spiel. Die haben, die haben diesen ganzen Hype mitgenommen, sich die Taschen vollgepackt und, äh, das war's. Und auf einer Insel, ja. Ja, und dann kamen sie mal so, zwischendurch haben gesagt, ja, da kommt wieder was, das war jetzt vor zwei Jahren. Oder vor eineinhalb Jahren, also, äh ... Mhm. Naja, gut, es ist halt so. Ähm, Long Dark, das ist ein, ja, Survivor-Kram. Ich mein, Survivor ist irgendwie auch alles geworden. Ist, ähm ... Und das wird's über L-Access geben, den jetzt, richtig? Ja, und Day-Z. Ich weiß nicht, es kamen schon die ersten Flames. Ähm, mit wie viel FPS das laufen soll, mit zehn. Ja, ja, gewisse Richtigkeit. Und Early Access nach einem Jahr draußen, äh, okay. Macht mal hin, also, ich hab mal an Day-Z nichts zu tun, aber lass uns nicht über die Spiele reden. Nein. Sondern weiter, was Microsoft macht. Genau. Gears of War Ultimate Version. Gears of War, kennst du das? Hast du davon was gehört, so ein Schnetzelspiel so ein bisschen? Äh, ich hab das schon mal gehört, aber ich hab's nie wirklich gespielt. Kannst du dir. Ich glaub, es war ein sehr Konsolenspiel. Genau, war ein Konsolenspiel, kommt aber jetzt auch auf dem PC aus. Zumindest die Gears of War Ultimate Edition, das ist der erste Teil in ein, in ein Remake wohl, ähm, der kommt auch auf PC raus. Kam gestern, wurde gestern noch bekannt gegeben. Das heißt, du kannst dir denken, ach, spielst du's mal. Ja, kann man nicht viel zu sagen. Ja. Ist ein typischer Action-Shooter, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ne? Genau, ist aber ein gutes Spiel. Was macht der anders? Kann ich dir nicht sagen, ich hab's auch noch nie gespielt. Ich weiß nur, dass es gut sein soll und dass ich's mir holen werde, weil ich's halt noch nie gespielt hab. Also, der Remake des ersten Teils kommt raus und es kommt auch ein neues. Genau, das war damals zur Xbox 360, genau, das ist Gears 4, können wir eben schon mal mit ansprechen. Das wird auch rauskommen, ich glaube, nächstes Jahr frühestens. Also, da wurde noch nicht so viel, äh, bekannt gegeben. Man hat sich jetzt ein bisschen gewundert, es sind aber zwei Entwickler am Werk. So vor, äh, so Gears 4 ist, werden von anderen Entwicklern gemacht als Gears of War Ultimate Edition. Von daher kann man zwei Sachen gleichzeitig rausbringen. Dann gibt es noch Rise of the Tomb Raider, was, ähm, zeitexklusiv für die Xbox One sein soll. Ähm, da wurden ein paar In-Game-Szenen gezeigt. Ja, was soll man zu Tomb Raider sagen? Der, der letzte Tomb Raider-Teil soll ja sehr gut gewesen sein. Ich hab ihn so ein bisschen angespielt und hab schnell die Freude daran verloren, weil das nicht so meins ist. Ich weiß nicht, Lara Croft war früher ganz cool, hab ich immer, äh, Lara Croft 2, den, ähm, Butler in der, in diesem Eistruhen-Ding eingesperrt. Auf jeden Fall, das war das Beste. Und, ich glaube. Ist dann mit seinem T-Tablett gegen die Eistruhen-Tür da gelaufen. Sehr lustig. Er konnte aber damit nichts ausrichten. Aber ich glaube, viel mehr hab ich bei Tomb Raider nie gespielt. Also, es war, es sind schon Kindheitserinnerungen, aber Tomb Raider war auch teilweise mit, äh, dem Zeitalter, den, den jungen Jahren, wo wir jetzt eine Playstation 1 hatten, war es teilweise ein bisschen schwer für mich. Ich glaube, ich hab einen Teil durchgespielt und den anderen Teil nicht. Und ich hab's noch nicht weiter verfolgt. Man, man muss da auch zusagen, bei Tomb Raider 1 konnten die Titten von ihr Leute töten, so spitz, wie sie waren. Spitz. Das war ein Polygon quasi. War, äh, sehr geil aus. Aber sie waren da. Ja, ja, sie waren. Das war richtig. Sie waren da. Naja, Tomb Raider halt, also hab ich nicht. Dann kommt Halo 5 Guardians am 27. Oktober. Ich hab zuvor Halo 1 auf dem PC gespielt und habe jetzt die Halo Master Chief Edition, die zusätzlich, halte ich fest, auf PC kommt. Höchstwahrscheinlich. Es ist nicht offiziell bestätigt, sondern nur als Tweet. Ähm, soll aber wohl die Halo Master Chief Collection kommen. Das heißt, Halo 2, 3, äh, 1, 2, 3 und 4 kommen dann auch auf dem PC, wenn das jetzt wirklich von Microsoft noch bestätigt wird. Halo 5 Guardians kommt am 27. Oktober, hat einen sehr großen Multiplayer-Part, wo viele Leute gegen andere viele Leute kämpfen. Das Ganze wird hier auf dem Channel mitverfolgt werden. Also, ähm, sobald's da ist, werd ich es abcaptchern und wir werden gemeinsam in Halo 5 durchstarten. Wie geil ich im Ego-Shooter-Gaming bin, nehm ich so gar nicht. Kommt aber auf uns zu. Auf der Konsole, ne? Ja. In jedem Falle, aber kommt Halo 5, äh, zeitgleich. Nee, äh, Halo 5 kommt, wurde bis jetzt noch nichts bekannt gegeben. Nur, dass die Master Chief Collection eventuell auf PC kommen könnte. Also, ich denke mal, dass Microsoft viel auf PC jetzt mitbringen wird. Mit Windows 10 wollen sie ja, oder haben sie ja vor, den Fokus auf dem PC zu erhöhen. Ja. Ansonsten gibt's noch Forza 6, wo ich mich extrem drauf freue. Ich bin ein totaler Forza-Fan. In Forza Horizon 2 hab ich jetzt insgesamt über 200 Spielstunden reingesteckt. Ähm, hab so ziemlich alles durchgespielt. Und warte eigentlich auf Forza 6. Das wird wieder so ein bisschen wie Project Cars, also eher wieder eine Renn-Simulation. Horsa, Horsa. Forza Horizon 2 war eher so ein bisschen Arcade-lastiger, obwohl auch dort sehr viel Renn-Simulation drin war. Ansonsten, ja, gibt's auch da nicht viel zu sagen. Dann gibt's noch ... Ernsthaftes Autospiel. Das ist doch mal schönes, aber nichts für mich. Ja, ich spiel das ja sehr gerne. Es ist schade, dass irgendwie keiner unserer Freunde wirklich sowas spielt, außer ich. Nee, du bist zwar nicht for Speed, darüber lachst du ja. Da kommen wir nachher noch zu. Boah, wir haben heute so viel zu quatschen. Spiel zu, viel vor. Und bitte nicht erschrocken sein, dass der Bobo Rosser gerade nicht ganz so viel redet. Der hat die PKs nicht gesehen. Der gibt nur seinen Senf da gut zu. Der hat sich da im Vorfeld viel, glaube ich, durchgelesen. Ich konnte so gerade noch. Ja, aber wir kriegen's da hin, finde ich, sogar ganz gut. Ja, dank dir. Ja, dank uns. Du bist der Experte, du hast den Hut auf, hab ich schon immer gesagt. Jo, Indie-Titels, tja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du's siehst. Ich fand, als wir mit dem Channel angefangen sind, das war jetzt vor ... Boah, das ist bald zwei Jahre. Eineinhalb Jahre war das. Das war November. Genau, holy motherfucker. Wir werden das machen, wir werden über Hardware reden, wir werden über verschiedene Plattformen machen. Das sind natürlich alles Ziele, nicht alles, was man verwirklicht. Plattformen kommen jetzt. Wir werden Indie-Sektion haben. Allerdings haben wir ja quasi nicht nur Indie-Sektion gemacht, wir haben einfach nur vor allen Indie-Spiele gespielt letztendlich. Und Indie-Titel sind unser Zugpferd. Robocraft ist ein Indie-Titel, würde ich mal so behaupten. Das sind einfach Sachen, die ein Gronkh anscheinend nicht auf dem Channel hat. Wobei Gronkh spielt ja auch zum Beispiel Indie-Titel, wie zum Beispiel Ark ist ein Indie-Titel. Ark, ja, aber das spielt auch wieder jeder Hans- und Franz-Kopf gerade. Das ist so ... Ja, ne? Ja, also jetzt ... Das sind immer so Trendspiele. Jetzt, genau, es kommt ... Aber es sieht auch schön aus. Ja, keine Frage, ne? Aber es kommt wieder ein Gronkh daher und zack, es spielen's alle. Naja, gut, es gibt halt ein paar, ja, hab ich mich jetzt nicht so mit befasst. Dann gibt's von ... Ich auch nicht, aber du hast noch was vergessen. Glaub ich. Vor Indie-Titel kam noch die ReCore, ein ganz neuer Titel, ein ganz neuer Marke. Ja, ein neues Franchise. Kein sechster ... Franchise? Kein sechster Titel von irgendwas. Keine Ahnung. Franchise. Franchise. ReCore. ReCore kommt Anfang 2016. Handelt um eine, ja, weibliche Heldin in einem Ödland. So sieht's ein bisschen ... Sah so ein bisschen aus wie Fallout, fand ich, so in der Umgebung her. Eine Endzeit-Produkt. Ja, sieht so ein bisschen so aus, aber man hat nicht so viel darin erkennen können, wo es denn jetzt wirklich genau drum spielt. Und mit einer KI. Diese KI war relativ interessant. Dieser Trailer ging halt darum, dass man, ähm ... dass ein Hund, ein Roboterhund erst mit dabei war und dann stand so eine Art Roboter an so einer, an so einem Bunker Außenwand und dann konnte sie die Seele in Form einer Lichtkugel in den Roboter hineinbringen und hatte ihn dann als Begleiter. Ja, also es war, ähm, ganz, ähm, ein bisschen futuristisch das Ganze, sah sehr spannend aus. Ich bin gespannt, was es, äh, schlussendlich wird. Ich wollte erst so eine ganz tolle E3-Zusammenfassung machen, aber aus Grund von Bildrechten verschiedener Publishern und Sounds von verschiedenen Firmen, war mir das ein bisschen zu, ähm, viel gewesen, dass ich mir jetzt das hab leider nicht. Auch zu heikel, ja. Ja, wir wollen da keinen, keinen, keinen Strike kriegen. Genau. Man, man macht diese Trailer und so weiter und dann sagt zum Beispiel Nintendo, das gehört, äh, mir, das darfst du nicht zeigen und dann gibt's direkt eine Sperrung für das Video. Genau. Teilweise sind die sehr rigoros bei solchen Sachen, obwohl es sich ja quasi hier um Journalismus handelt. Ja, und wir haben ja, ähm, schlussendlich die, äh, Let's-Play-Rechte haben wir ja von Microsoft jetzt gestern bekommen, endlich, ähm, hat ein bisschen gedauert, dass sich das, aber schlussendlich sieht's ganz spannend aus, ich bin gespannt, wie es wird, ähm, schön mal was Neues, nicht? Einen Forza 6 und einen Halo 5 und ein, was weiß ich, Tomb Raider Teil 18, ähm, sondern mal was ganz Neues, ist eine schöne Sache. Dann hat der Dean Hall Wirk, muss ich ehrlich sagen, ich halte von dem Mann leider nicht mehr so viel, einen neuen, ähm, Titel rausgebracht, Ion heißt er, so eine Art Raumschiff, Planeteneroberung, Ressourcen, X2-Nachmache, Fragezeichen, Ausrufezeichen, keine Ahnung, ähm, man hat nicht viel gesehen in, in so einem Trailer, ähm, ja, muss man mal gucken, wie's denn so wird. Also ich muss sagen, das Prinzip klingt ja schon interessant, ich bin ja auch solche Sachen schon interessiert, ich hab sehr viel X2 gespielt. Ja, und? X3 eigentlich hab ich sehr viel gespielt. Aber was, was hatten wir denn? X4? Das, was wir irgendwie eine halbe Stunde lang gespielt haben und gesagt haben, wie scheiße. Oh ja, das war aber schrecklich, das wird irgendwie nichts. X-Rebirth, X-Rebirth. Rebirth, genau. Rebirth, genau. Rebirth, genau, und das Iron von Dean Hall, das klingt nach einer interessanten Sache. Aber Dean Hall. Ähm, aber, ja, vielleicht wird Star Citizen, ähm, bis dahin fertig. Wie ich Dean Hall kenne, ähm, wird dann, können wir dann 2020 Star Citizen spielen und Iron dann wahrscheinlich 2030. Und, ähm, nee, lass mal Dean Hall. Ja. Ähm, das Vertrauen, das hast du da so ein bisschen ... Kaputt gemacht. Erst kletterst du auf den Mount Everest, während die Leute endlich Spiele-Updates haben wollen, riskierst dein Leben und bist wochenlang weg. Und jetzt kommst du wieder, ne, und sagst dann, okay, Leute, ich hab keinen Bock mehr auf das Ding, kack hier, und ich mach was anders. Ich bin mal weg. Nachdem die Leute hier alles gekauft haben. Ja, das ist ... Und, äh, DayZ hat sich nicht viel weiterentwickelt, also ich hab das Gefühl, das war wenig zu tun. Leider, 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 aber er ist ja auch bei, äh, DayZ ist ja Dean Hall nicht mehr, ne, da hat er sich ja irgendwie rausgemogelt. Naja, wollen wir nicht überreden. Ist so seine Schuld mit. Genau, dann gibt's noch ganz kurz den EA Access, das werd ich aber in einem, ähm, separaten Video, ähm, nochmal ein bisschen, ja, thematisieren, das Ganze. Das geht eigentlich, äh, kurz und knapp ist es halt so, dass es so ein bisschen wie, ähm, weiß ich nicht, Xbox Live, keine Ahnung. Und man kann halt ... Man kann sich Spiellaufzeit mieten. Genau, man kann halt für 3,99 pro Monat oder für 25 Euro im Jahr hat EA gewisse Spieltitel. Momentan sind's mehr die Sportteile, ähm, die man dann kostenlos spielen kann. Gerade für unsere jüngeren Zuschauer, die nicht ganz so viel Geld haben und da so ein bisschen mehr Abwechslung in Spiele haben wollen, wäre das, oder ist das auf jeden Fall eine Alternative. Das Ganze gibt's aber schon seit einem Jahr, nur da wurde es nochmal ein bisschen erneuert und gesagt, hier, Titanfall wird jetzt kostenlos und Dragon Age auch und hier, kauft, kauft, kauft. Ich hab das Ganze mal gemacht, um einfach mal reinzuschnuppern, da werdet ihr aber jetzt bald mal ein Video zu sehen werden. Ich hab davor auch nie wirklich viel davon gehört, das könnt ihr bei uns dann angucken. Hm. Jo. Nächstes Thema ist ja dann auch wieder VR. Oculus Rift. Oculus Rift, ne? Ja, die soll, äh, beziehungsweise, ähm, Microsoft arbeitet mit Oculus Rift zusammen und wird, äh, dabei einen Xbox-Controller mit releasen. Ob es das auf der Xbox selber gibt, weiß ich nicht. Also, ich hab da irgendwie noch nicht wirklich was gelesen, ob das wirklich so ist, aber auf dem PC, also, da werden wir das Ganze mit Microsoft kriegen. Das heißt, ich denke mal auch, dass der Support dann da sein wird, ähm, inwieweit sich das entwickelt. Wie gesagt, ich bin nicht der Fan von VR-Brillen. Vielleicht VR-Pornos, aber, äh, nein, Quatsch. Ähm. Viele Möglichkeiten. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so, ne, hab ich nicht so Bock drauf, ne? Dann gibt's im Oktober noch ein neues Dashboard, äh, also eine neue Oberfläche für die Xbox One. Das sieht dann alles ein bisschen anders aus. Könnt ihr euch auch mal angucken bei GamePro.de oder Co. Da kann man sich das Ganze angucken. Ja, sieht ein bisschen, sieht ein bisschen besser aus, aber, ja. Soll dann schneller sein und, ja. Boah, jetzt haben wir mal. Das war Microsoft, ne? Das war aber auch die dickste und, ähm, wahrscheinlich sogar die beste Pressekonferenz, oder? Für mich, also für mich, ja, ähm, wenn du einen Sony-Typen fragst, dann heißt es Sony. Aber ich denke, ich werde zum Schluss nochmal eine kleine Wertung abgeben von den Pressekonferenzen. Denn es gibt leider was, was mich sehr enttäuscht hat und das ist Electronic Arts. Viel Blabla um nichts. Ja. Wir haben bei uns hier so eine kleine Textdatei offen, dass wir auch sehen, worüber wir reden. Und, äh, mein erster Punkt war viel Blabla um nichts. Und, ähm, das ist leider so, ne? Ich gab zwei gute Titel, das war Star Wars Battlefront. Äh, da wurden wieder ein paar Sachen gezeigt in Third Person und in Ego Perspektive. Sieht alles ganz cool aus. Ich freu mich auch drauf, weil ich ein Star Wars Fan bin. Ja, aber es war jetzt auch nicht so, ja, kennt man. Aber ich glaube, die machen da, ich traue EA nichts mehr zu. Nein, ich auch nicht. Äh, das wird wahrscheinlich wieder Frostbite Engine sein. Das ist eine schöne Engine und so. Ist es, ist es. Und, äh, sie versuchen einfach nur ein Battlefield- und Star Wars-Ebene zu machen. Genau, das wird auch so sein. Was auch viele Leute das alte Battlefront damit verglichen haben. Aber ich glaube, seit dem EA, ich glaube, Battlefront war nicht immer EA, wie viele Dinge in der Welt nicht immer EA waren. Ja. Es ist, es ist, ähm, es wird zum Abklatsch. Und letztendlich kommt bei EA alle Jahre, jedes eine oder zwei Jahr dieselben Sachen raus. Battlefront ist dann mal wieder was Neu-Aufgelebtes. Aber wenn das ein neues Battlefield sein soll, dann, ähm, kann ich auch Battlefield spielen. Und Battlefield finde ich sehr abgeklatscht inzwischen. Leider, Battlefield 2 war so gut. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da reingebracht haben. Battlefield Vietnam war so gut. Die alten Spieler, aber auch BF2 mit, wie gesagt, mit diesen Rangsystemen und so. Da hast du auch wirklich noch was leisten müssen. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt, ich hab, Hardline hab ich jetzt fünf Stunden gespielt. Und das ist so eine Grütze. Tut mir leid. Also, es hat überhaupt nichts mit Battlefield, nichts mehr zu tun. Du kriegst für 10.000 Sachen irgendwelche Sachen und kriegst dann wieder ein Level höher. Und wow, dann kannst du dir einen Schalldämpfer kaufen. Hui. Boah. Und dann kaufst du es dir auch noch für Geld. Und dann hast du auch einen Shortcut. Den gibt's dann auch schon gleich mit Release. Dann gibt's diese Pakete. Was soll das alles? EA halt, ne? Dann wurde ein ... Ich hab mich früher über Dings aufgeregt, über DLCs. Ja, ja. Wo DLCs, wenn sie gut sind, ist es okay. Also, ich hab ... Bei Forza hab ich alle. Ich, äh, ja. Hätt ich sonst auch nicht, aber das Spiel ist halt für mich gut. Du kannst ja für den Train Simulator alle DLCs, die es gibt. Da zahlst du, glaub ich, 1.500 Euro für DLCs. Ja, das ist krass. Kein Scherz. Das ist krass. Es gibt auch eine Renn-Simulation, wo du die Strecken kaufen musst. Die Strecken wurden mit irgendwelchen, ähm ... Irgendwelchen Laser-Kameras komplett abgemessen, sind in real life und musst richtig Kohle dafür zahlen. Also, da kostet das ganze Spiel auch irgendwie 1.000 Euro oder so. Das ist schon ... Aber gut, wenn man nur das spielt ... Das ist sehr echte Fans. Ja, aber wenn man das nur spielt, ist es okay, würd ich sagen. Naja, gut. Kommen wir zum nächsten. Das ist Mass Effect Andromeda. Finde ich ein bisschen schade. Es ist nur ein Trailer gezeigt worden. Zudem fand ich halt, dass mit Mass Effect ... Hast du die Teile gespielt? Kannst du da mitreden? Den dritten hab ich, glaub ich, ausgelassen, ehrlich gesagt. Ja, hast du auch nicht viel verpasst. Also, ich hab auch alle Teile gespielt. Mit Teil 3 war für mich Mass Effect abgeschlossen. Warum man jetzt unbedingt wieder ein neues aufleben muss, weiß ich nicht, ob das sein muss. Es ist natürlich die Frage, wo es spielt, ob es der gleiche Held ist. Ich glaub, das kann man auch schon nachlesen. Aber mich interessiert's nicht so. Das Franchise ist eine ganze Menge wert. Und ich wette, wir sehen auch ein Trading Card Game für Mass Effect. Ja, und ein Massive Multiplayer-Online-Rollenspiel. Ja, und vergiss nicht das Mass Effect MOBA. Ja, das natürlich auch. Muss alles mit hineingebracht werden. Und die Tasse und die T-Shirt. Ja, ja, klar. Dann gibt's noch ein Miros Edge. Das find ich gut, muss ich sagen. Das ist eine ... Das ist seit vielen, vielen Jahren nicht ... Es gab ja nur einen Teil, war dann auch ein bisschen ... Wurde darum gerätselt, ob überhaupt noch eins kommt. Es kommt eins raus mit dem Namen Katalyst. Am 25.02.2016 für PC, Xbox und PS4. Das Ganze soll ohne Waffen spielen. Das heißt, die Tuse, das Name ich nicht kenne. Ich hab das damals gespielt. Ich hab's auch durchgespielt. Fave hieß sie, glaub ich. Ich glaub, sie hieß Fave. Und ich glaub, Miros Edge Catalyst ... Ja, das geht ja wirklich darum, dass man das nicht mit Waffengewalt, sondern mit Flucht oder Aufhalten ... Waffen rausschlagen, klar, genau. Also, fand ich früher gut, find ich heute noch gut. Und freu ich mich drauf. Muss ich wirklich sagen. Ja, es gab so ganz böse Gerüchte. Anita Sarkeesian würde da beratend wirken, damit das Spiel auch feministengerecht wäre. Das war aber, glaub ich, einfach nur ein dummer Scherz. Weil Miros Edge ist einer der guten Beispiele, wie eine weibliche Person in Szene gesetzt wird. Ja. Reize. Steht halt nicht in Front, dass sie eine Frau ist, aber sie macht's halt. Sie ist halt eine Heldin. Ja, find ich auch. Weiß nicht, also, ja. Ist das total in Ordnung. Dann kommt ein Need for Speed 3 raus. Geil. Ich bin ja ... Ich muss sagen, ich spiele Rennspiele sehr, sehr gerne, aber kein Need for Speed. Und schon mal kein Need for Speed Underground. Ja, das ist einer der besten Need for Speed-Teile. Viele schwärmen dafür. Ich find das völlige Grütze, weil ich hasse ... Ich gonna pimp. Genau. Ich hasse dieses ganze Aufgepimpe. Und diese Autos fahren wie auf Schienen. Das hat mit Realismus nichts zu tun. Ähm, aber das ist echt ... Das kommt halt drauf an. Ich fand die Soundtracks geil. Ich hab die Need for Speed-Soundtracks geliebt. Die waren super, aber dieses ganze ... Riders of the Storm. Genau. Sehr geil. War alles schön. War aber auch ein Cover, muss man sagen. Need for Speed, das ist quasi das Call of Duty der Rennspiele, ne? Das ist der einfachste, leichteste Spaß, den du haben kannst im Rennspiel. Ja, obwohl die meisten, die meisten halten das total. Weil ich hab den Pete-Stream gespielt, äh, gespielt, gesehen. Und die beiden da, hier, Pete und Chris, oder wie der andere Typ da hieß, die sagten da so, ah, ja, hier, geil, da, ne, hier, Need for Speed. Wow. Und ich denk mir so, Alter, das hat doch mit Rennspielen nichts zu tun. Die spielen wahrscheinlich keinen Forza. Und sowas wie Need for Speed läuft natürlich ganz gut. Ja. Auch von der professionellen Seite aus. Man muss ja sehen, die haben eine professionelle ... Ja, klar. ... Entscheidung, was das hinterher steht, ne? Natürlich. Ich meine, ich meine ... Wenn du das spielen, musst du das auch gesehen werden wollen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das kann mir so ein Let's Player, außer vielleicht Gronkh, muss ich ehrlich sagen, dem traue ich das zu. Aber diese ganzen anderen Let's Player glaube ich schon, dass man schon so ein bisschen guckt, okay, ist das jetzt ein Spiel, was ich längere Zeit spiele, weil die Klickzahlen es zulassen oder nicht. Und Need for Speed, denke ich mal, wird es schon eins sein, was viele gucken. Ich meine, bei denen ist es ja auch so, die spielen ja mit vier, fünf, sechs Leuten, kommt darauf an, ob alle dabei sind. Dann hat das auch einen enormen Unterhaltungswert. Oh ja. Das muss man einfach so sagen. Ich gucke die gerne, weil sie sich ... Die bashen sich kaputt. Die spielen auch Project Cars zurzeit. Die fahren sich total kaputt. Ich bin da natürlich am Kopfschütteln als ... Ja, als ernstzunehmender Spieler in dem Spiel, muss ich schon mit dem Kopfschütteln denken. Mein Gott, wie fahrt ihr denn? Aber es ist schon witzig, sie dabei zu sehen. Und von daher finde ich es okay. Sollen sie machen. Ich freue mich drauf. Ich werde es mir angucken. Aber ich werde es mir nicht kaufen. Ich glaube, unsere Flatout-Runden damals wären auch filmreich gewesen. Ach, halt die Schnauze. Wir hatten das ja viel Spaß gehabt. Vor allem das Curling. Ich hätte dem fast irgendwas in den Kopf geworfen die ganze Zeit. Das war noch eine Zeit, wo wir teilweise noch Röhrenbildschirme haben, richtig? Nee, nee, nee. Oder war das gut? Jawohl, wir haben das ja auf vielen Lans gespielt. Wir haben das ja abgewohnt gespielt. Ja, schon einige Jahre. Das war immer super, das Ding. Jo, kommen wir zum nächsten. Plants vs. Zombies Garden Warfare. Kennst du das? Garden Warfare? Dieses 3D-Shooter-Spie. Ja, das ist quasi Call-of-Duty-Spaß als Plants vs. Zombies. Als es noch nur vom Pop-Cap war, war Plants vs. Zombies noch was wert. Das erste. Ich weiß nicht. Das ist ja auch so eine Art Tower-Defense zum Teil. Und ja, kann ich nicht viel zu sagen. Kommt nächstes Jahr raus. Interessiert mich ehrlich gesagt so gar nicht. Wer da ein bisschen Interesse hat und zwar um 3,99 im Monat ausgeben will, der kann es sich im EA Access kostenlos mal angucken. Also ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist es nicht wert. Nee. Es war sehr frisch und sehr humorvoll, als es anfangs rauskam. Aber jetzt ist es nicht mehr frisch und der Humor abgegriffen. Richtig. Und das jetzt auch noch als Garden-Warefare, Modern-Warefare quasi, auszubringen. Vergiss das, vergiss das. Genau. Das ist nichts Besonderes. Dann gibt es Unravel. Das war schön. Da muss ich echt sagen, wow. Da kam ein Entwickler auf die Bühne, ein Indie-Entwickler, auf einer riesengroßen Bühne von EA, auf einer E3-Pressekonferenz mit zitternden Händen. So nervös war er gewesen. Auch die Stimme war wirklich nervös. Der voller Leidenschaft, und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, ihr Spiel, ich glaube, die kamen aus Norwegen, Finnland, irgendwo so da oben die Ecke, ihr Spiel vorgestellt haben. Und ich fand es so grandios, dass ein Indie-Entwickler sein Spiel so präsentieren konnte. Das geht um eine Figur in Rot, die ist so eine rote Figur, die so aus Wolle besteht, also aus Garn, Wollgarn. Und du musst halt mithilfe deines Garns oder deines Fahns verschiedene 2,5D, ist es also von links nach rechts Bilder, musst du halt so eine Art Jump'n'Run das Level halt schaffen, indem du da irgendwie dich um einen Stein wickelst, damit du höher springen kannst und, und, und. Also super schön gemacht. Er war halt sehr begeistert. Er hat halt erzählt, wie er da halt zu kam und irgendwie mit Frau und Kind in irgendwelchen, was weiß ich, da, wo er auch am Leben ist. Und er findet das halt alles so schön und wirklich ganz tolles Spiel. Ja, sehr viele intense Dinge kommen aus Skandinavien zur Zeit. Also wirklich schön. Das ist ein steigendes Spiel. Ich fand das halt super. Der war halt echt, der war tierisch nervös. Der hat dann diese Figur, die er wohl auch mal per Hand gemacht hat, als erste Idee, dann aus seinem Jackett gezogen. Aus Garn. Ja, total schön. Und er war halt echt übelst nervös. Und das glaube ich auch, wenn du von so, ich glaube, 15 Leute sind es, die das Spiel entwickeln, also auch keine Großes. Und der da so nervös war, also super. Das fand ich total ... Auf einer E3 von Pressekonferenz? Von EA, ja. Klar, wo bist du mehr im Rampenlicht als dort? Genau. Irgendwo. Also super. Da kannst du höchstens eine Ansprache als Präsident halten. Also Wahnsinn. Das wäre das Gleiche, wenn wir jetzt auf Gamescom auf Mala auf diese Let's Play-Bühne draufgehen sollen, ne? Also, ähm, gibt's mir halt genau ... Oder wir wären mit Kronken ein Let's Play. Ja, ja, genau. Oder wir wären im Videopreis vorgestellt worden. Genau. Das wäre vergleichbar. Ja, ja, da ... Das wäre unglaublich. Geht der Arsch auf Grundeis. Aber, naja. Und der hat sich anscheinend gut gehalten. Schön, super. Klingt nach einem interessanten Spiel. Und ich find's gut von EA, dass sie das gemacht haben. Ja. Wahrscheinlich deren publishtes Game, ne? Aber, klar, die hätten das Ding aber auch einfach nur mal kurz erwähnen können und das war's. Aber nein, sie haben ihn halt rangelassen, ne? Ja, so ist es. Und dann gibt's jetzt noch die Sportgames. Oh. Ist ja so eine Leidensgeschichte. Obwohl ... Es gibt ein FIFA und bla, 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 bla. Ja, FIFA 16 mit Frauen und irgendwelchen Mittelfeldzeugs soll besser geworden sein. Ich bin kein FIFA-Spieler. Ich kenn mich damit nicht aus. Und, ähm, ich hab die Teile zwar aus, weiß ich nicht, äh, irgendwoher mal geholt. Ich hab ein paar Teile, ähm, aber es interessiert mich nicht so. Das Einzige, was ich sehr viel und gerne spiele, ist die PGA Tour. Das ist Golf. Das werdet ihr auch hier sehen. Also, macht euch auch was gefasst. Ja, ich meine, Golf kannst du auch nicht mal eben auf die Straße gehen und spielen. Ja, also das ... Fußball ist schon. Das spiel ich halt. Das spiel ich auch gerne. Aber auch da kenn ich mich jetzt nicht so aus. Aber FIFA halt und dieses Football-Spiel und die NSA ... NSA, ja, NSA, klar. Die, ähm, NBA und was weiß ich, diese ganzen Teile halt, ne? Ja, mit ganz viel, ganz viel auch mit deren, ähm, wie hieß das nochmal hier? Diesen, diesen, äh, diesen komischen Karten. Da ist das doch genauso. Nee, nee, da gibt's doch diese blöden Karten auch wieder. Für FIFA gibt's doch auch. Da musst du dann für Karten Geld zahlen. Ja, dann kriegst du Kartpack. Ach, tja. Und dann hast du da halt deine Fußballer drinne. Und, äh, ja. Naja, gut. Okay. Jeder das Seine. War das Thema. Wir kennen Freunde, die es spielen. Die spielen es auch gut. Und, ähm, die haben auch eine Leidenschaft. Und wenn man das natürlich viel spielt und nur spielt, dann, denke ich mal, ist es auch völlig legitim. Aber für uns ist es halt nichts. Ja, das war ... Jetzt haben wir doch relativ viel über EA-Geräte. Ja, ja, wir reden über alles viel. Also, ihr könnt euch noch auf eine gute Stunde einstellen, glaube ich. Ich weiß nicht. Eine Stunde, ja. Ja, ungefähr. Ja, dann kommen wir zur Zusammenfassung Ubisoft. Ja, Ubisoft ist ja ein bisschen bekannt dafür, die PKs recht gut zu machen. Aber viel Trailer, wenig Gameplay, habe ich hingeschrieben, stimmt auch irgendwo. Also, viel Tam-Tam und, ähm, wirklich Spielszenen hat man nicht viele gesehen. Ähm, es kommt ein neues South Park raus. South Park The Fractured But Whole, oder wie wird das ausgesprochen? The Fractured But Whole. Ach, das ist ja sein, sein, sein Held, ne? Sein, äh ... Der gebrochene, ähm, das gebrochene Arschloch. Mhm. Übersetzt. Genau, ich trinke mal so zwischendurch, weil sonst, äh, werde ich ganz, jetzt ganz fraserig. Ja, das Ganze soll, ähm, es hieß wohl erst, dass sie es nicht machen. Das war ganz cool. Da waren die Entwickler von, ähm, von, von dem Spiel kamen halt auf der Bühne. Und das Erste, was sie gesagt haben, mein Gott, habt ihr scheiß Mikes. Wie kacke sehen wir denn bitte damit aus? Also, das, äh, das war schon ziemlich cool. Hier, der Trey Parker und, ähm, die von South Park, meinst du? Ja, 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 ich glaube, ja. Ich meine so ... Ich fahre nicht beide Namen ein, einer heißt Trey Parker. Also, ich hab's echt gefeiert. Das ist witzig. Ja, ja, war auch ganz cool. Die halt gesagt haben, ja, weil es hieß wohl damals, ja, wir machen nicht noch ein Teil. Und dann sagte der, ähm, der, der eine so, ja, aber das Spiel war so schlecht. Wir wollten doch noch mal was holen, was machen, was besser ist. Weil sie, der Meinung, ja, sie sind der Meinung, dass es zu wenig Rollenspiel war. Und das haben wohl auch Fans, äh, kritisiert. Keine Ahnung. Ich hab's gespielt, ich fand's gut. Ähm, na gut. Ja, kommt was Neues raus. Ich hab auch gut gehört. Ich freu mich drauf, ähm, werd ich mir bestimmt angucken. Mal schauen. Dann kommt ein neues Franchise, Scheiß, for, for Honor, for Honor heißt das Ganze, das ist ... Honor ist gut, ja. Ja, ja, oder Noobs würden sagen For Honor, wegen dem Haar davor. Honor. Ähm, ist ein neuer Teil, der so im Mittelalter stattfinden wird, so ein bisschen, äh, Burgenkämpfe. Also, so zwei Riesenarmeen plus KI halt, die dann gegeneinander Schwertkämpfer, äh, äh, machen, haben, tun. Ähm, sieht sehr gut aus, grafisch auch sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen an ... Ähm, was erinnert mich das denn? Äh, meinst du vielleicht Mount & Blade oder Chivalry? Das sind so zwei Spieltitel, die das gemacht haben. Chivalry. Oder meinst du, äh, spielt man selber den Schwertkämpfer? Ja, genau. Oder kontrollierst du, okay, dann ist es mehr wie Chivalry und Mount & Blade. Genau. Das ist eine sehr schöne Titel. Ja. Und ich habe World Mount & Blade gerne gespielt. Ähm, es war einfach so, du hast deine eigene Armee und bist dann mit, äh, 300, ähm, ja, berittenen Kämpfern in 500 Fußvolk reingeritt und hast dich da umgeschnetzelt, hast Bogen eingenommen, Politik betrieben und alles. Und, äh, das klingt eigentlich sehr interessant. Ja, aber es ist, es klingt auch gut. Es ist gut. Ist aber ein bisschen mehr auf Action, aber sieht auch sehr gut aus, muss ich sagen. Ähm. Und was ist The Crew DLC, The Wild Hunt, äh, Wild Run? Ja, das ist, ähm, The Crew ist ja so ein Rennspiel, was ich mir auch mal kurz angesehen hab, war allerdings nicht meins, ist auch, geht auch eher in so in diese Need-for-Speed-Schiene rein. Ja, da gibt's jetzt ein neues DLC, wo man jetzt irgendwie durch die Pampa rennen hat mit irgendwelchen Jeeps und hast du nicht gesehen. Ja, sieht ganz gut aus. Es ist ja hier ein Podcast, äh, genau, es ist ja unsere Meinung und ja, ich halte davon halt nicht so viel. Naja, ähm, Trail Fusion, äh, kennt jeder bestimmt, das ist ja dieses, äh, 2,5-D-Rennspiel mit den Motorbikes, wo man so Parcoure, ähm, durchgeben muss. Genau, das ist das, äh, Trials, okay, ja, ja. Das Aerial Sam Level Max, also das erinnert ein bisschen an, äh, Far Cry 3, wie hieß das, Blood Dragon? Dieses, dieses Abgefahrene, da fährst du halt kein ... Ach so, das war so bunt, ja. Ja, genau, und da ist es bei, bei dem DLC halt auch, da fährt man dann auch kein Motorrad, sondern man reitet ein Einhorn mit irgendeinem komischen Fieder oben drauf. Sah ganz cool aus. Ich hab das, ich hab das auf der Xbox One, also macht schon Spaß sowas. Also jetzt, der, den DLC noch nicht, der kommt erst. Aber, ja, muss man mal gucken, wie es wird, ist halt ein DLC. Also, das Awesome Level Max DLC hat also nicht einfach nur irgendwelche Levels, sondern wirklich Awesome Levels. Das heißt, Kranke, Scheiße, Bunter, Mist, Einhörner und Regenbögen. Ja, und dann kommt The Division. Ich weiß nicht, hast du davon mal was gehört? The Division, das ist, glaube ich, nicht der erste Teil, oder? Doch, es ist immer noch der erste Teil. Der soll nämlich schon seit drei Jahren kommen. Worum geht's da eigentlich? Das ist so ein bisschen, ähm, ja, worum es so genau geht, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das ist auch irgendwie nach so einer Naturkatastrophe und du bist da wieder einer von vielen, die da sich irgendwie durchschlagen müssen. So ein bisschen Survival-Charakteristik, aber auch mit Story und vor allen Dingen mit Koop. Es ist ja in dieser ganzen PKs, viele Spiele gehen momentan auf Koop, wie es auch bei The Division ist. Da warte ich auch sehnlichst drauf, wird am 8. März 2016 kommt es, wird's released. Und im Januar gibt's die Beta für Xbox exklusiv oder Playstation 4 exklusiv. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Aber für einer der Konsolen gibt's ja auch noch die Beta, die man sich damit angucken kann. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ich finde, grafisch ist es ein Downgrade. Ich hab mir, äh, es kann natürlich auch täuschen. Die, ähm, Echt-Gameplay-Szenen von der E3 2014, vom letzten Jahr, sahen, meine ich, besser aus. Von den, von den Partikeldichte, vom Rauch und so. Aber das kann auch jetzt echt täuschen. Also will ich mich jetzt nicht festlegen. Weiß ich nicht, das ist nur meine eigene Meinung. Okay, also The Division, der Name sagt mir gar nichts. Also auch der Titel, der verrät nicht sehr viel. Das kann ja alles sein. Das kann ja ein Kriegsspiel sein, The Division. Ja, das ist ja auch irgendwie sowas. Kann aber auch irgendwie, keine Ahnung, The Division sein. Kann auch, keine Ahnung, so eine Art, ähm, Büro sein. Das kann alles sein. Ich gucke mal in The, warte, The Division. Ich weiß, ich kann ja gar nicht sagen. Wir können ja googeln. Ja, genau, das können wir ja auch machen. Äh, 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 äh. Was steht denn hier so schön? Sobben, find, find die Daten aus dem Netz. Sieht zumindest auf der Xbox One nicht so gut aus. Ja, ja, scheiß GameStar, fickt euch doch. Was ist es denn jetzt? Seid gut. Was hast du denn gegen GameStar? Sieht der, sieht der, sieht der MMO-Shooter von Massive Entertainment aus Schweden wirklich so gut? Ach ja, das ist also ein MMO-Shooter. Ich weiß nicht, ich glaube, das war, ist es irgendwie nach so einer Eiszeit oder in so einer Eiszeit irgendwie so. Ich gucke mal. Also, könntest du an Destiny erinnern vielleicht? Wir haben hier, ähm, wir leben... Ich lese was vor. Wir leben in einer komplexen Welt. Außen hin ein ganz gewöhnliches Leben, wurden aber dazu ausgebildet, unabhängig zu operieren und die Menschheit zu retten. Wem die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft kollabiert, beginnt die Mission der Spieler. Okay, um, ein trauriges Szenario. Boah, ist im Scheiß. Klar, Weltende wegen Pandemie, aber also Division ist halt eine interessante Sache. Deswegen, dass es Leute gibt, die darauf vorbereitet sind, dass die Welt irgendwie enden kann. Warten viele drauf. Und dass die halt überall verteilt sind, dass die, dass die die Menschheit dann helfen. Ne, ausgebildete Überlebenskünstler, überall verteilt auf der Welt. Aber, aber, soll ich dir mal was sagen, worüber ich mich am meisten bei der Ubisoft PK gefreut hab? Doch bitte nicht Assassin's Creed jetzt. Nein, was kommt da, was kommt unter The Division? Ach, Anno, Anno. Das klingt ja schon interessant, der letzte Teil hab ich nicht ganz so gut gesehen. Ja, aber Anno. Wir haben es nie zusammen gespielt, Sorbin. Ja, ich weiß, das müssen wir, ich hab, als das, als, als das vorgestellt wurde, hab ich gesagt, warum machen wir kein Let's Play Together von Anno? Wo haben wir das eigentlich nie gemacht, so ein schönes Spiel? Weiß ich auch nicht. So ein bisschen Quatschspiel. Bisschen langatmig, ne? Ja, aber können wir halt 300 Folgen raushauen. Anno 22,5. Ich hab mich so gefreut, ich hab nämlich, ähm, vor kurzem mir noch gedacht, wann kommt endlich mal wieder ein neues Anno? Und zack, haben sie es vorgestellt. Kommt dieses Jahr noch raus, irgendwie, ich glaube im Herbst, wenn ich das richtig habe. Und spielt auf der Erde, wie auch auf dem Mond. Und wie der Titel schon sagt, ist ein bisschen wieder in der Zukunft, das Ganze. Ähm, den Teil davor hast du ja auch gespielt. Da war das ja so, dass man dann die Weltmeere hat, nach einer Zeit, ähm, ja, erobern können. Ähm, oder, oder erforschen können. Und so wird's mit dem Mond halt sein, ne? Man baut erst auf der Erde auf und kann irgendwann dann, äh, auf dem Mond seine Zivilisation errichten. Okay. Die Frage, ist es dann genauso wie in dem vorherigen Teil, dass man auf der Erde erstmal diese beiden Welten hat und dann eine dritte hinzukommt? Oder ist es wieder anders wie der vorherige Teil? Kann ich dir gar nicht mal so sagen. Ich hab jetzt mir zwar schon ein paar Sachen, ähm, durchgelesen davon, hab aber jetzt auch nicht wirklich, was jetzt, hör auf, Flasche. Ähm, hab aber nicht, hab jetzt aber wirklich nicht so wirklich was davon gefunden. Ich gucke mal eben, irgendwo stand hier, Ubisoft größte Open World, die Vorschau goes, äh, 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 warte, ich gucke mal eben. Ich bin aber wieder bei GameStar.de, obwohl GameStar für mich immer schlechter wird. Aber das ist eine andere Sache. Äh, dä, 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 Anno, Anno. Ich gucke mal, Anno, Anno, Uh, Uh. Weil da hat nämlich der komische Typ mit der komischen Brille auch was zu gesagt. Anno. 2070 ist es nicht. Äh, mach einfach nur Anno. Ja, Anno 2070 war doch der Teil mit der... 22, genau, das war der ältere Teil. Das war der Teil, wo es darum geht, äh, bist du jetzt Environmentalist oder bist du eher der Industrielle, ne? Und, äh, was machst du mit der Erde zum Beispiel? Ja, genau. Wie sieht die Zukunft aus und so? Ja, genau, du bist ein Böser, Böser. Trinkst du grünen Tee oder trinkst du Motoröl? Ja, so ungefähr. Also bei Anno ist es halt wirklich so, dass man den Mond besiedeln kann. Es wurde auf eine komplett neue, neue Engine programmiert. Es soll grafisch sehr gut aussehen, heißt es wohl. Ähm. Ist für Anno nicht so wichtig. Soll nur laufen. Finde ich auch. Ähm. Wir können... Bauen. Es scheint noch diesem Jahr. Am 3. November kommt es raus. Und es soll auch eine Beta kommen. Wie es wird, muss man dann halt zwar gucken, ne? Also, ich fand den letzten Anno-Teil auch nicht so gut. Ähm, ich wüsste auch nicht so genau, ob ich mir den Anno-Teil jetzt kaufen würde. Weil wenn wir ein Let's Play Together machen, dann können wir das alte Anno auch nehmen. Ähm. Das, äh, muss man nicht unbedingt gleich ein neues holen. Ja, dann gibt's noch die ganzen Tom Clancy-Spiele. Tom Clancy-Rainbow-Six-Siege und Tom Clancy-Ghost-Recon. Ehrlich gesagt, ähm, keiner der Teile hat mich jemals wirklich interessiert. Gut. Gehen wir gleich weiter, weil so geht's mir auch. Und der Ober-Burner Assassin's Creed Syndicate. Wow. Guck, genau. Guckt es, guckt es euch einfach an, ne? Das sind, dieses, Assassin's Creed ist so eine Melkku geworden. Guckt es euch an. Ähm, ich hab, ich hab, ähm, Unity hier für Xbox One. Ich glaub, ich hab's drei Stunden gespielt und hab dann so, äh. Äh, warum kaufst du dir sowas? Das ist doch eigentlich schon klar. Ähm, welcher Zeit spielt Syndicate? Äh, irgendwann... Das ist immer die Frage. Syndicate spielt ja im, im, in, in, in London. Och, wann? Irgendwie 18. Jahrhundert oder sowas? Irgendwie so. Ach ja, zur... Okay, dann wird's nämlich langsam knapp für den Jungen. Weißt du wieso? Zur Industrialisierung, genau, spielt's. Ja, bitte. Genau. Ähm, wenn es langsam nämlich mit Industrialisierung jetzt anfängt und ein bisschen... Dann kann er schießen. ...moderner wird. Außer Klingen. Ja, nein. Aber in welche Heubein springt er dann? Ich hab keine Ahnung. Die wird's bald nicht mehr geben, oder? Obwohl, ey, ich finde, ja, stimmt schon. Aber ich fände, ganz ehrlich, einen, einen Assassin's Creed in der Echtzeit wie jetzt fände ich schon wieder ganz spannend. Würde ich mir antun. Ja, okay. Und dann, und dann, Kneiter halt in Milhausen. Ich mag eigentlich die Idee von den Assassinen. Ja, aber es wurde zu... ...der über den Pass da rumklettert, aber... Es wurde zu aufklärt. ...ich finde das Klettert selber auch uninteressant. Ich kann doch einfach klettern, indem ich... ...muss ich doch jetzt keinen Skill anwenden, dass ich da rumspringe. Ich meine, der macht doch schon fast alles für dich selber, oder? Ja, genau. Wenn du kletterst in eine Wand droht, dann drückst du doch nur eine Richtungstaste. Ja, aber das ist halt immer das Gleiche geworden, ne? Also, ja. Ja. Wollen wir nicht drüber reden. Ja, du gehst auf ein großes Gebäude und guck dich um. Genau. Ja, gut. Haben wir die Zusammenfassung von Ubisoft auch durch. Und kommen wir jetzt zu Sony. Sony ist, ähm... Sony. Sony ist bei mir halt so ein bisschen, weil ich auch ein bisschen der Xbox-Liebhaber bin. Ähm, ich hab Peter, ein Kumpel von mir, der hat eine Playstation 4. Da war ich noch vor kurzem, hatte das Pad in der Hand und hab mir gedacht, hm, gefällt mir nicht so. Ähm, vorab, das hab ich hier gar nicht reingeschrieben, aber ich fand das ganz süß. Ähm, Sony hat auch ein neues Pad vorgestellt. Ach wirklich? Ja, grau. Es wird klassisch grau, das war's. Ich musste ziemlich lachen. Die alte, alte Playstation 1 grau. Jaja, als Playstation 4 Pad. Also ich, mir gefällt dieses Playstation Pad nicht. Das liegt aber, denk ich mal, eher daran, dass ich's einfach nicht mehr gewohnt bin. Ich find die L2 und R2-Tasten zu klein, ich rutsche ab und... Die meisten haben Probleme damit, wo die Analog-Sticks wohl liegen. Ja. Das hab ich so mitgehört. Allerdings bin ich kein Konsolenspieler und auch kein, äh, kein Controller-User, so überhaupt nicht. Genau. Ich, äh, ich, äh, bin's einfach gewohnt, mit den anderen Eingaben zu, zu manövrieren und ich hab ein Joystick hier stehen. Und damit, ähm, mach ich das meiste, was ich eigentlich tue. Ja. Auch Witcher spiel ich so. Wie gesagt, es ist halt auch, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, muss jeder für sich selber wissen, ähm, welche Konsole für einen. Ich glaube, es ist ein bisschen exklusivtitel, äh, abhängig. Für mich persönlich gibt es zur Zeit, zur Zeit muss ich sagen, ich sag auch gleich, warum, noch kein Kaufgrund der PS4. Also, das ist einfach so. Wird sich nächstes Jahr aber auch ändern. Kommen wir zu... Also, Leute, die Bloodborne spielen wollen, vielleicht. Ja, aber auch das wär jetzt für mich, für mich persönlich nicht so der Kaufgrund. Sagst ja schon, wenn schon exklusivtitel. Genau. Kommen wir zum ersten Titel, das ist The Last Guardians. Das ist wohl schon seit vielen Jahren, wurde dann wiederum von Sony dementiert oder abgebrochen. Jetzt soll's wohl doch schon rauskommen, das sollte erst auf PS3, sollte es schon rauskommen. Dann wurde's halt dementiert, jetzt soll's doch nochmal irgendwann mal kommen. Das ist so ein Rätselspiel mit irgendeinem Jungen, der irgendeine riesengroße Kreatur hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Sah sehr gut aus, grafisch gesehen, muss ich sagen. Ähm, hatte auch eine gewisse Atmosphäre. Da war dann so ein Riesenhundefieh mit Flügeln, keine Ahnung. War aus wie Fuchu oder so. Ja, genau. In so einer Tempelanlage, ja, aber, hm, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ist wohl der Nachfolger oder der geistige Nachfolger eines älteren Spiels, wo man so Titan erledigen musste, ne? Ah, so. Ja, so Titans oder sowas, wie hieß das nochmal? Keine Ahnung. Found of the Titans irgendwie? Ja, kann sein. War wohl ein gutes Spiel. Mir schwant da was. Also, sie sieht durchaus bestimmt gut aus, aber nicht so meins. Was ich sehr, sehr gut finde, und das ist der Kaufgrund für mich, ist Horizon Zero Dawn. Das ist eine, ja, eine, ähm, eine Weltpremiere von Playstation. Ist auch ein Playstation-Only-Titel gewesen. Worum es da wohl geht, dass die Roboter dann die Menschheit, ähm, erobert hat. Also, sie wurde halt, die, 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 die Technik hat die Menschen getötet und es gibt nur noch wenige Völker, die so eine Art Amazon dann auch sind oder Indianer, die dann dagegen kämpfen. Ähm, fand ich sehr gut, fand ich grafisch auch sehr gut, muss ich sagen, war sehr stimmig, ähm, und kommt irgendwann raus. Nächstes Jahr, denke ich. Das Ganze würde ich mir dann auch mal angucken und da würde ich tatsächlich mir eine Playstation 4 für kaufen. Wenn es gut wird, natürlich. Ja, also, das ist, ähm. Ich finde es interessant, dass die Menschheit erstmal gegen diese Maschinen verloren hat und dann Leute, die zu Stammeskulturen eingeengt wurden, äh, dann Widerstand leisten können. Ja. Aber es geht ja mehr darum, eine interessante Welt zu bieten, ne? Genau, also, grafisch, ähm, hat mich das an, ich hatte ja mal eine kurze Zeit einen PS4, die hab ich wieder verkauft, weil es mir einfach nicht gefiel, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, es hatte mich erinnert an, es ist, glaube ich, sogar von den gleichen Entwicklern von Killzone. Ja, das war's jetzt mit Horizon Zero Dawn, wie gesagt, ähm, ich werd's mir angucken und dann eventuell kaufen. Mal schauen, ich weiß nicht. Dann haben wir Hitman 8, äh, Hitman 8? Nein, am 8. Dezember, Hitman heißt es. Ach, hab ich jetzt auch gelesen, Hitman 8. Hast du? Ja, ja, irgendwie, ja, nee. Aber ich glaube, der 8. Teil könnte schon weit sein. Ja, schlimm. Hitman, ähm, ich mag solche Spiele ja nicht, ne? Also, diese ganzen Schleichspiele und, ach, ich weiß nicht, mich, 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 mich catchen diese Sachen so gar nicht so. Ich weiß nicht, hast du Hitman gespielt früher? Nicht so richtig. Also, gespielt hab ich schon damals. Ja, ich auch nur. Ich kam auch nicht mit Schleichen zurecht, ich hab auch immer den direkten Approach gesucht und das geht nicht. Genau. Bei guter Schleichspiele ist das nicht so. Bei Hitman, weiß ich gar nicht. Also, ich glaube, bei dem letzten Teil geht auch alles irgendwie. Ja, aber nicht so wirklich was. Ja, das ist halt wie ja diese Noob-Spiele, die sich halt vergessen, woher sie kommen. Sodass halt auch mal die Spiele, die zum Beispiel Resident Evil keine Horror-Spiele mehr sind. Genau. Bei Hitman Absolution kannst du auch da durchgehen als Report schießen. Kriegst du eine reingere Wertung, dass das Spiel doch durchgespielt. Von daher. Ja, es ist trotzdem das Gleiche, es ist halt nicht schön. Ja, und dann gibt's No Man's Sky, das ist wohl ein Titel gewesen, wo man zuvor nie gewusst hat, worum es geht. Das ist dann wohl ein Raumschiff-Sandbox-Game, das heißt, man konnte dann durch die Welten, die Welt war wohl endlos, also es hat sich immer wieder, also die Sterne konnten sich, wäre halt irgendwie endlos. Und immer wieder andere Planeten, genau, ja, genau so ist es. Quasi Minecraft oder Cube World in der Richtung. Ja, genau. Also so in der Hinsicht halt, da konnte man irgendwelche Planeten dann erkunden und Ressourcen abbauen und soll, glaube ich, auch noch dieses Jahr kommen, gefällt mir grafisch überhaupt nicht. Das ist aber auch eine Geschmackssache, ist halt nicht so mein Genre, sagen wir mal so. So ein selbst sich generierendes Spiel kann ja auch grafisch nicht unbedingt immer so gut sein. Nee, 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 das muss es auch nicht, aber es ist halt dieses, diese ganzen Weltraum-Sachen, ne, das ist nicht so meine Welt. Also, das sehe ich mich schon für, ich hab ja auch Star Citizen vorbestellt, beziehungsweise gebackt, bin dann auch Veteran-Bäcker sogar dort. Ja, aber ich glaube an Chris Roberts, er soll das machen. Ich weiß gar nicht, ich hab da vorhin schon von langem nichts mehr gehört. Ich hab nicht groß berichtet drüber, aber es tut sich ganz schön was, das kann man nicht bestreiten, das ist auch gut. Und ich hab das Gefühl, dass Weltraum-Spiele momentan ein bisschen auf dem Vormarsch sind. Wir haben schon vorher über eins berichtet, und zwar zum Beispiel das von Dean Hall, dieses Iron. Und da war, glaube ich, sogar noch eins irgendwo in der Liste gewesen. Ja, diese, diese, ähm, X, X2-Nachmache, glaube ich, an der Version. Das war das Iron, ja. Aber ich glaube, da war noch was. Irgendwas. Ja, diese ganze Zukunft-Zeug ist ja auch wurscht. Also, es ist, äh, ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal gucken. Nee, das war das, glaube ich. War nur das? Trotzdem, ich hab das Gefühl, dass es mehr werden, diese Weltraum-Spiele. Und dass es eine Zeit lang viel war, zu Zeiten von Wing Commander und so. Und dann wieder wenig. Ja, das stimmt. Und dann ist es wieder ziemlich abgeflacht, ne? Und jetzt geht's wieder los. Das sind halt Trends, die bewegen sich. Ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Genau. Weiter. Dann gibt's Dreams. Dreams ist so ein Traumbaukasten, also da könnte man mit Malen, Basteln, keine Ahnung, sich eigene, ähm, Charaktere herstellen oder malen und ihren dann Leben einhauren. Man hat, also ich hab diesen Trailer nicht verstanden und die von Pete Smiths haben das auch nicht so richtig verstanden. Also, es ist halt so ein Traumbaukasten, wo man alles irgendwie machen kann. Man kann irgendwelche Tiere bauen, malen und die dann ins Leben rufen und, und, und. Was das jetzt genau so, was das jetzt genau heißt, ähm, das wird man erstmal noch sehen. Das ist, denke ich, noch in den Kinderschuhen. Und das ist momentan, finde ich persönlich, das Problem von Sony. Sony hat viele interessante Titel, die rauskommen sollen, aber dieses Jahr, ich glaube, kommt nichts Exklusives mal raus. Wenn ich da mit meinem Kumpel so ein bisschen drüber rede, dann sagt er auch immer, hm, ja, Exklusivtitel ist noch mau. Ich denke mal, das wird hoffentlich nächstes Jahr mal was, aber dieses Jahr ist noch eher, naja. Nicht so gut. Final Fantasy VII kommt als Remake. So, und jetzt müssen wir erstmal zwischen Remaster und Remake unterscheiden. Remake bedeutet, ich nehme ein Spiel mit einer neuen Engine. Und eine Remastered-Version bedeutet, ich, äh, mache das Spiel in einer HD-Version. So hab ich das jetzt gelesen und so wär's wohl auch. Ja, ich denke, Remastered ist einfach nur ein neuer Anstrich, ein bisschen bearbeitet. Genau. Die meisten Spiele, die es jetzt gibt, wie The Last of Us für PS4, ist eine Remastered-Version. Und eine Remake bedeutet, ich nehme das alte Spiel und baue da eine neue Engine. Und das ist mit Final Fantasy VII, das ist ja einer der bekanntesten Final Fantasy-Teile, den auch ich tatsächlich gespielt hab. Und obwohl ich sonst kein Fan von Final Fantasy bin. Und das Ganze soll First PlayStation sein. Also, also, sie haben es als First deklariert. Das heißt nicht Only, sondern First. Okay. Und es wird irgendwann auch auf die anderen Plattformen kommen. Ja. Finde ich eine coole Idee. Haben viele Fans wohl Jahrzehnte drauf gewartet. Wirklich. Also, ich habe nur Final Fantasy VII gespielt. Und es ist eines der wirklich besten Final Fantasies. Ja, aber ich find das jetzt auch nicht so, ja, aber ich find das jetzt auch nicht so ultimated. Also, das ist so, hm, ja. Ich find das auch nicht spure, Cash, dass ich das, je nachdem, was sie machen, ein gutes Remake ist nicht einfach nur dasselbe Ding nochmal, sondern es erweitert das Spiel mit Möglichkeiten, die sie damals nicht hatten. Und das darf nicht nur Grafik sein, das muss auch andere Gameplay-Inhalte beinhalten, die damals einfach noch nicht denkbar waren. Die man dann jetzt aber umsetzen kann. Dinge, die du früher nicht machen konntest, wegen Budget oder technischen Möglichkeiten, jetzt dafür einbringen und das Spiel erweitern, verbessern dadurch noch. Das ist dann ein wirklich gutes Remake. Wenn man das Ding einfach jetzt komplett aufzieht, natürlich, die Story muss irgendwo erhalten bleiben, ne? Aber es einfach nur zu kopieren, das wär ein bisschen zu wenig, find ich. Ja, ja, das wär auch nicht so die Stärke, aber da, ja, muss man einfach abwarten. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Final Fantasy-Spieler und ich versteh auch nie, was die Leute daran so gut finden. Ich mag dieses rundenbasierte Kämpfen nicht so. Ich mag eher so diesen Fluss als Kampf. Also, wenn ich in den Kampf hineingehe, dass ich dann darin ausweiche, so Gothic-Style und Co. Das ist so dieses rundenbasierte, ist nicht so meins, aber das ist jedem selbst. Ja, kommen wir zum nächsten. Wir machen mal ein bisschen schneller, weil wir sind ja schon relativ viel Zeit. Also, da muss ich lachen. Shinlui 3. Ja, ich find Sony sind Arschlöcher in der Hinsicht. Die haben das als Kickstarter-Projekt gemacht mit zwei Millionen Euro und haben gesagt, ja, hier, wir geben euch die Chance hier, ne? Könnt ihr machen. Aber wir wollen euch erst mal nicht unterstützen. Dann hat es nicht mal zu Tage gebraucht und die zwei Mille waren über Kickstarter bereit und auf meine sagt Sony, yo, wir sind die, die euch da helfen werden und wir werden das mit euch vermarkten. Ja, ja, ja. Ganz bescheuert. Ey. Dass Leute wie Sony, gerade Sony, das ist so eine Riesenfirma, das ist ja nichtmals nur einfach nur die Playstation. Sony ist Musiklabel, Filmschmiede, Handy, alles mögliche. Die sind so riesig. Die sind wirklich riesig, wie Microsoft quasi. Das ist auch der Grund, warum die sich betteln, ne? Das sind Giganten. Und die brauchen zwei Millionen über den Kickstarter? Dafür ist Kickstarter nicht da. Das habe ich ja schon bei den Early Access Indie-Spielen gesagt. Kickstarter sind für Leute, die es nicht anders können, die einen Kickstarter brauchen. Aber die brauchen keinen Kickstarter. Ja, also ich, also ich, also ich finde es auch, ähm, ja, auch ein bisschen komisch irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, warum das so sein muss. Und, ähm, also für die Entwickler ist es gut, weil der Entwickler ist ja nicht Sony in dem Falle, klar. Ähm, aber dass Sony erst sagt, nee, wir machen das nicht und dann oft mal, oh, ihr habt ja doch das Geld zusammenbekommen, jetzt helfen wir euch auch, ist halt arschig. Also ich finde es nicht gut und, ähm, da hat auch Sony ein bisschen in meiner ganzen Sache, also, nee. Also entweder ich stehe hinter einem Entwickler als, ähm. Als Publisher. Publisher. Was die ja gerade in diesem Fall tun, genau. Ähm, oder ich stehe da halt nicht hinter. Und wenn ich da nicht hinterstehe, dann kann ich nicht nachher sagen, ach ja, jetzt habt ihr ja doch das Geld, jetzt machen wir es mal. Ja, klar, es wird bestimmt für, für die Firma gut sein, ja, dass sie jetzt doch mit dabei sind, aber von der menschlichen Seite her ist das, äh, um viel Geilheit. Ja, ich denke mal, es geht Sony vielmehr darum, dass sie wissen, ja, die Leute wollen dieses Spiel haben und wir wollen daran mitverdienen jetzt. Also anscheinend ist es ja doch gefordert. Ja. 2 Millionen ist eine ganze Menge für den Kickstarter. Dann hat auch wie Valve und Microsoft und Co. auch die, äh, hat auch Sony eine VR-Brille, die Morpheus, ähm, da soll es wo ein Ridge oder Riggs oder wie auch immer es ausgesprochen wird, so ein Kampf-Arena-Spiel, da wurde aber nicht viel drüber gezeigt, nur ein kleiner Trailer, ähm, dass der, der Support sein soll. Ansonsten hat man über diese Morpheus-Brille noch nicht wirklich was gezeigt. Wie gesagt, die Thematik über VR-Brillen hatten wir ja oben schon. Ja, was ich sagen muss an der Stelle, was VR-Brillen angeht, ich finde es schade, dass es tausend verschiedene gibt. Anfangs war es erst mal die Oculus Rift und die sollte an den PC angeschlossen werden und die sollte mit allen möglichen Sachen funktionieren. Dann wurde das gekauft wiederum und jetzt, äh... Von Facebook, ne? Von Facebook tatsächlich, ja. Und jetzt arbeitet Oculus Rift anscheinend mit vielen verschiedenen Entwicklern. Die Oculus Rift hat mit Samsung gearbeitet, damit die, äh, VR-Brille für ihr Handy machen, ne, was eine Spielerei ist, äh, schönes Ding, aber letztendlich eine Spielerei, weil du kannst es nirgends so alles anschließen, als das Handy selbst einfach zu benutzen. Naja, und, ja, und das Handy ist jetzt auch nicht so das Grafikwunderwert mehr. Dann gibt es anscheinend jetzt, äh, Oculus Rift zusammen mit der Xbox, was aber nicht dasselbe Oculus Rift ist, ne, sondern ein eigenes Eingabegerät oder so? Weiß ich nicht. Ne, ne, das ist dasselbe. Das soll nur mit dem Xbox-Controller mitverkauft werden. Wie das genau ist, ähm, weiß ich nicht. Okay, das ist übrigens ein Pluspunkt. Also du kannst das Oculus Rift kaufen und kannst es am PC und an der Xbox nutzen. Dann würde ich das eigentlich als, ähm, eine gute Sache machen, bezeichnen. Ja, und dann gibt es das auch natürlich von Valve, wo ich auch gespannt drauf bin, weil Valve halt die Dinger auch richtig angeht und die wollen es halt für die Gamer machen. Da weiß man das auch, auf jeden Fall. Ja, aber es wollen doch, es wollen doch alle für die Gamer machen. Sony, Sony sagt, äh, was, was für ihr... Was sie sagen, was sie machen. This is, this is for the players. Ja, klar ist es, this is for the players, aber was ist for the players? Das ist, ja, aber davon wollen sie uns ja alle überzeugen. Und Sony, Sony ist für mich nicht this is for the players. Sie haben nichts for the players. Und vor allen Dingen ist es lachhaft gewesen, in der, in, 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 als die, äh, Xbox rauskam, hatte ja die Xbox ganz viel gesagt, hier TV hier und TV da und Multimedia-Krams. Genau. Ja, aber Sony macht dasselbe jetzt in Amerika. Die haben nämlich, das hab ich da gar nicht mit beigeschrieben, die haben einen, äh, TV-Bereich, bauen sie jetzt ein. Damit die Leute in Amerika, da ist es ja eher ein bisschen weiter verbreitet wie hier, ihre Kanäle gucken können, ja, ihre komischen Apps, die sie dann starten können, worüber sie dann schauen können. Das heißt, das, worüber Sony sagt, this is for the players, machen sie jetzt gar nicht mehr. Und ich glaube, dass Sony zu Beginn vor zwei Jahren, ich glaube, zwei Jahre ist jetzt fast her, ähm, ihr Feuer schon verschossen haben. Und Xbox zieht jetzt nach. Beide Konsolen sind in Sachen Marketing, in Sachen, äh, for the players, beide scheiße, muss man einfach so sagen. Weil stattdessen zu sagen, okay, wir bringen diese Teile hauptsächlich für beide Konsolen raus, das machen die einfach nicht. Klar, die wollen ihre Sache ja auch verkaufen. Aber dieser Konsolenkrieg zwischen Gamern, das geht mir sowas von auf die Eier. Da soll doch jeder das spielen, was er will, ja. Also, ich finde die PlayStation 4 nicht schlecht, sie sagt mir bloß nicht zu. Ja, aber es gibt ja diese ganzen Fanboys, die dann kommen, die PlayStation 4, die ist aber so viel teuer, weil sie hat nämlich ein paar, äh, FPS mehr. Oder sie hat mehr Full-HD. Mehr Full-HD. Und so weiter und so fort. Mehr von Full-HD. Also, richtig Full-HD sind die ja oft nicht. Nee, richtig. Darum, das ist halt alles dieses For-The-Players-Geschwafel. Sollen sie mich bloß mit in Ruhe lassen? Naja, ist es halt, weiß ich nicht. Dann COD war ja damals, ähm, mit, ähm, Microsoft vereint. Wurde dann dort als Boni ein bisschen höher gesetzt, dass DLCs dafür früher rauskamen. So, die sind jetzt, äh, äh, sind jetzt endlich bei Sony, Gott sei Dank. Brauchen wir uns die Scheiße jetzt gar nicht mal antun. COD ist dieser neue Teil raus, rausgekommen, ähm, wo selbst die Fans jetzt schon sagen, ey, ihr Leute, ne, ähm, vergisst das, wir spielen's nicht mehr. Soll Sony damit glücklich sein? Ist es exklusiv bei, bei, bei ... Nein, nein, es ist, es ist nur zeitexklusiv, was irgendwelche Patches und DLCs angeht. Sollen sie nehmen, äh, das interessiert mich kein bisschen. Kann mir egal sein. Genau, World of Final Fantasy, ähm, wird ein Final Fantasy wohl sein? Da hat man noch nicht so viel herausbekommen, nur, dass es in so einer knuffigen Grafik ist, mit knuffigen kleinen Männchen, so ein bisschen Comic-Stil. Hat man aber im Trailer nicht wirklich erkannt. Ja, genau, klingt, klingt auch, sieht auch aus ein bisschen wie ein MMO, aber ein Final Fantasy als MMO gibt's ja schon. Dieses Real Reborn, oder wie das heißt. Stimmt. Von daher hat man noch nicht wirklich viel erfahren, und wenn man so in den News guckt, weiß man auch nicht so wirklich. Und zu guter Letzt, das Uncharted 4, A Thief's End, ja, der männliche Tomb Raider. Ja. Wohl sind sehr gutes Spiel, kommt irgendwann nächstes Jahr auch raus. Wie gesagt, Exklusivtitel dieses Jahr seh ich von Sony nicht viel. Ähm, da ist Microsoft definitiv auf der besseren Seite, aber das sieht jeder ein bisschen anders. Ja, zum letzten Punkt, zu dem Entwickler, der momentan am wenigsten Pluspunkte sammelt bei vielen Spielern, ne? Was eigentlich unser Lieblingsentwickler war, unser russer Bruder quasi, ne? Richtig, damit sind wir groß geworden. Ja, wieder rein. Nintendo, 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 leider, leider. Ähm, die haben ja auch, es ist ja auch immer so, die haben ja nicht so eine klassische PK, ne? Die haben ja immer so, glaube ich, seit zwei, drei Jahren, dass die so einen, wie nennen sie es, einen, äh, Electronic Event oder sowas, also sie, sie, sie nehmen davor, im, davor schon etwas auf und präsentieren das immer sehr gut. Nee, nee, also richtig, richtig, richtig schön gemacht mit, ähm, Interviews und allem drum und dran und haben den Trailer oder den Beginn mit so, ähm, Muppet, Muppet, äh, Figuren gemacht, also ziemlich cool gemacht, muss man sagen. Okay. Aber ich fand die ganze Sache sehr mau. Sehr viele, äh, DS-Titel, die ich jetzt nicht alle benennen will. Ich hab selber hier einen U3-DS hier rumliegen. Ähm, meine Freundin spielt damit ganz viel, ich spiel damit fast gar nicht. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht, ich schien nicht so der DS-Spieler. Da gibt's so ein paar Zelda-Spiele und irgendwie Mario und hasse nicht gesehen. Üblich verdächtig. Ähm, alle, genau, aber wirklich nicht so das Bessere. Das Ganze ist dann, wurden neue Amigos, das sind ja diese Figuren, die man kaufen kann für 15 Euro aufwärts, ähm, die man dann auf der, auf der Konsole aktivieren kann, indem man auf dieses, auf dieses, auf den Hauptpad, ich hab die Wii U hier ja auch, ähm, draufstellen kann und wird dann halt dort aktiviert. Das ist meiner Meinung nach eher ein Gimmick für Sammler. Ich hab den Yoshi-Amigo, weil ich Yoshi cool fande. Das ist doch der einzige, den ich jemals kaufen werde. Was machen diese Amigos jetzt genau im Spiel? Äh, die, die haben in verschiedenen Spielen verschiedene Sachen. Ich hab jetzt bei Mario Kart, ist es halt so, dass dein Mi, den du als Fahrer nimmst, dann so ein Yoshi, Yoshi, ähm, Outfit anhat. Also wollen wir eigentlich klarstellen, dass das quasi ein DLC ist, aber dass du dafür noch eine coole Sammelfigur hast, wenigstens. Ja, genau. Also es ist für mich, meiner Meinung nach, ein bisschen Sammlereffekt. Sammlereffekt, ich glaube, beim Super Mario Smash Bros. U ist es wohl irgendwie so, dass die Fähigkeiten deines Kämpfers mit übernommen wird und du irgendwie dem dann, dass der, äh, Amigo dann dir mithilft. Keine Ahnung. Also es ist schon ein schön Gimmick, es ist für mich aber eher ein Sammleraspekt. Das sehen auch viele andere so. Und entsprechend, ähm, ja, ja, das ist momentan wohl einer der höchsten Geldmacher bei, bei Nintendo. Aber diese Figuren sind auch schön gemacht, also es sind keine Billigfiguren. Von daher finde ich, ist es okay. Na, ob's, ja, für die Kinder, Nintendo ist ja eher diese, eher die Konsole für junge Spieler. Weiß ich nicht, ob es so sinnvoll ist. Wenn ich mal bedenke, dass mein Sohn später mir sagt, hier, ich will ein Amigo haben und der hat schon fünf da rumstehen. Ja, das will ich irgendwann auch. Genau, ne, das ist dann immer so eine Sache. Da gibt's wahrscheinlich auch 150 Pokémon, die muss er alle haben. Ja, ja, so ungefähr, ne. Das ist dann halt immer so die Sache, die man dabei hat. Ja, dann haben wir auch schon gesagt, das ist, äh, keine neue Konsole, keine Neuigkeiten. Leider, nein. Es wurde ja, es ist ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie, wie sie genannt wird, aber es ist ja eine neue Konsole in Mache. Man weiß noch nicht so wirklich, worum es geht. Kann, ja, kann, ja, müssen sie ja auch. Ich meine, die Wii U hat sich nicht so gut verkauft. Ähm, so wie ich das jetzt, ähm, festgestellt habe, sie ist halt leistungsschwach. Das ist nicht von der Hand abzuweisen. Und ich denke mal, dass sie da schon irgendwie auch was machen müssen. Schlussendlich, ähm, soll sie, wird sie Ende des Jahres, bis Anfang nächsten Jahres werden Neuigkeiten erscheinen. Auf der E3 haben sie es nicht gemacht. Ich glaube auch, das ist immer so ein bisschen der Fehler von Nintendo. Die hätten eigentlich mit irgendwas, die hätten Paukenschlag malmählich machen müssen. Das haben sie nicht getan. Stattdessen kommen ein paar Wii U-Spiele raus, unter anderem Star Fox. Ähm, ja, Nintendo ist nicht für die Grafik bekannt, aber Star Fox sah scheiße aus. Tut mir leid. Also, da sehen PlayStation 3-Spiele wesentlich besser aus. Also, wer mir jetzt hier erzählt, ja, die Grafik ist ja auch so zweitrangig. Also, Star Fox sah echt schlecht aus, aber ... Ja, das darf nicht hässlich aussehen. Man muss schon der Grafik entsprechend entwickeln und dann kann das auch gut aussehen ohne 1.100 Polygone. Sehe ich auch so. Also, ich finde, es sah halt nicht gut aus, aber das ist halt, ne ... Ja, Mario Tennis für Wii U und Yoshi Wally für Wii U. Ein Jump'n' One-Spiel, auch in so einer Wall-Optik. Mario Tennis, ja, wie der Name schon sagt, so ein bisschen Tennis mit den Mario-Helden. Super Mario Maker ist ganz cool, muss ich sagen. Das wäre ein Spiel, was ich mir tatsächlich holen würde. Das handelt um Welten, also Weltenbau. Genau. Finde ich ganz cool. Okay, aber ... Du kannst dir eigene Welten bauen, also eigene Level bauen. Ja, hast du aufgeschrieben, in Super Nintendo-Style. Ähm, heißt das 2D dann, von der Seite. Ja, genau, genau, genau. Also, ist eine coole Sache. Okay. Was man daraus machen kann, weiß ich nicht. Vor allen Dingen interessiert mich, ob ich Welten von anderen Spielern spielen kann. Ja, wenn einer der ... Ich denke mal, dass das geht, ja. Stimmt, werden die gerated werden und dann kannst du die für 10 Cent runterladen. Ja, so ungefähr, das wäre traurig, ehrlich gesagt. Das wäre sehr traurig, aber ... Ich hoffe, das denke ich nicht, dass es das macht. Man kann sehr gut Inhalte von anderen Spielern konsumieren über die Wii U eigentlich, oder? Ja, 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 ja. Ja, ja, das geht ja sowieso. Was mich interessiert ... Da muss man gucken. ... ist, wenn die die neue Konsole rausbringen, ob sie diesmal versuchen, den AAA-Markt ein bisschen ... Müssen sie eigentlich ... Ja, das geht eigentlich gar nicht anders. Ich weiß, sie sind keine Grafiknader und sie rennen da ein bisschen hinterher und lassen sich damit eher Zeit. Aber stell dir vor, die hätten eine Wii U rausgebracht, ne? Die diese ganz interessanten, netten Features hat, aber dann für 100 Euro mehr ... Genau. ... die Leistung von anderen Konsolen mitbringen würde. Von einer PS4. Oder für 200 Euro mehr. Richtig. Und dann könnten die ja trotzdem ihre Spiele machen, wie sie die nun mal machen, ne? Aber man könnte auch alle anderen Dinge drauf spielen. Und nun haben die ein sehr einzigartiges Kontrollschema, was auch wenn die anderen Entwickler wohl nachgezogen sind ... Jetzt hat Sony ja ihre Lämpchen. Hat die auch einmal in der Hand gehabt, hat gut funktioniert mit Frisbee-Spielen. Und was gibt es jetzt bei ... Dings? Ja, hier diese Kamera, ne? Kinect. Die Kinect. Kinect, Kinect. Aber ich denke, trotzdem hat die Wii U noch was ganz Eigenes. Und das mit diesem anderen Controller da, diesen Patch, das war alles interessant. Wenn die die Leistung mitbringen würden, dann würden auch mehr Spielentwickler sich das angucken. Aber solange man was entwickelt, was dann wirklich nur speziell für diese Konsole gut ist, weil das woanders einfach nur scheiße aussieht, dann haben die halt ein Problem. Ich muss halt auch sagen, damals zu N24, N64-Zeiten war sie gleich auf mit der Playstation. Ja? Also, die war ja sogar teilweise ein bisschen besser. Also, so war es ja nicht. Und die Gamecube war ja auch ... War zwar auch eher ein Reinfall gewesen, wie die Wii U halt auch. Also, die Verkaufszahlen waren nicht die besten. Aber auch da war sie grafisch einigermaßen gleich auf. Aber die Wii war schon veraltet, ja? Die war ja nicht wesentlich besser als die Cube. Und die Wii U ist auf dem Niveau von der Playstation 3. Weil die Wii U halt brandneu war. Aber die Wii U hatte nicht so viel brandneues. Nee, die Wii U hatte halt ... Ja, eher ... Genau. Ne? Das ist, äh, ja. Ich mach mir Sorgen um Nintendo. Eigentlich sind die ja zu groß, um irgendwie Probleme zu haben. Ich glaub nicht, dass die wirklich Probleme haben. Die machen, glaub ich, genug Geld mit ihren Handhelds, Das ist, glaub ich, ihr größter Markt wahrscheinlich jetzt. Richtig. Aber irgendwo, ähm, ja, haben die mich zum Beispiel verloren. Was früher mal nicht so war. Das ist witzig. Ich muss grad mal eben off-topic gehen. Ich hab manchmal noch diese Stocks drin, von Audacity. Und mein Datenträger geht auf 100% hoch, wenn der Stock ... Ich weiß gar nicht, warum. Hm. Eigenartig. Vielleicht mal auf einer anderen Festplatte die Sachen speichern. Wobei du dir eher in den Arbeitsspeicher hier reinredest. Ja, es ist. Und geht dann wieder nach unten. Ganz komisch. Der packt sich einfach komplett hoch. Eigentlich sind wir ja auch am Ende, oder? Mit ... Äh, ja. Ich glaube, richtig. Das Einzige, was man noch sagen muss, es gab eine PC-PK, die aber eher eine Talkshow war. Ich fand halt, dass der PC enorm zu kurz gekommen ist. Ähm ... Das heißt PC-PK. Ja, es sollte ... Ja, es sollte PC-Gaming-PK kommen. Das war aber mehr so eine Talkshow. Ich hab, äh, ich hab da noch nicht viel drüber gelesen. Es wurde halt dort auch ... Es wurde halt nur so ein bisschen über PC-Gaming gesprochen. Es wurde aber nix angekündigt. Ich finde, Valve zum Beispiel kann doch top eine PK machen. Haben die keine eine PK? Ich weiß gar nicht, warum die sowas nicht machen. Nein, 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 nein. PK hat Scrooenix, die ich jetzt hier nicht mit aufgeführt habe, weil wir jetzt erst mal die großen PKs haben. Die großen, die gar nicht, ja. Scrooenix, B-Tester, Microsoft, EA, Ubisoft, Sony und halt diese PC-Gaming-PK, die aber mehr als Talkshow, äh, äh, ja, fungierte als alles andere. Also, und, ähm, ja, es ist ein bisschen schade. Der PC kommt ... Der PC kommt mit vielen Spielen zwar zurück, also es sind viele Spiele, die jetzt, äh, Multiplattform-übergreifend sind, auch auf PC. Aber ich hab auch ein bisschen das Gefühl, dass früher oder später der PC dann eher wieder hinten ansteht. Und das liegt aber oft auch daran, glaub ich, dass einfach die Spiele gar nicht mehr so gut vermarktet wird, wie in der PK, in der Pressekonferenz, ist ja eine Vermarktung auch. Ja, klar. Das viele Leute, die ... Es hat ja viel mit, mit Geldern, genau, mit Geldern zu tun und so weiter und so fort. Und, ähm, da, gerade Valve, also Steam, also versteh ich überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja die Plattform auf dem PC, muss man ja einfach so sagen. Ja, das sind diejenigen, die den PC quasi, äh, legitim zurückbringen, die dafür sorgen, Ja, hör mal, wir machen das so. Auf dem PC kannst du jetzt alles zum Beispiel bald mit unserem Controller spielen, ähm, was du sonst mit einer Maus spielst, was du sonst mit einem Controller spielen würdest. Das kann alles dieser Controller. Oder, äh, wir bringen, obwohl die Steam-Box ist, glaub ich, tot, aber sie machen hier eigenes, äh, VR und die Plattform, die sie haben, wenn man Big Picture anmacht, Steam, ist das genauso wie die Plattform einer Konsole und Big Picture heißt nichts anderes als, du sitzt auf der Couch und hast das auf dem Fernseher. Big Picture halt. Genau. Ja, und das ist, ähm, die haben ja gerade jetzt so durch, die haben ja das neue Pad, dann haben die ja, ähm, diese, diese, diesen Steam-Link ja jetzt, damit du das Bild über WLAN direkt an deiner Couch hast, die haben die, äh, diese Steam-Maschines, die jetzt Ende des Jahres schon kommen sollen, zumindest in, in Amerika. Ach doch, mhm. Warum sie das jetzt nicht so releasen oder warum sie da keine PK ausmachen, verstehe ich selber nicht. Aber es ist leider so. Und, ähm, für mich hat Microsoft und Bethesda gewonnen, muss ich sagen, in, in den Sachen PKs und enttäuscht hat mich Electronic Arts. Also, das, äh, Electronics. Hat, ja, das, äh, Wobei Ubisoft, äh, die Liste war jetzt auch nicht so interessant. Ich, ich setze Ubisoft und EA eigentlich ziemlich gleich von dem, was die so machen. Ja, sie machen beide sehr oft, äh, Abklatsch ihrer, ihrer typischen, äh, Franchises. Sie kaufen Spiele auf, sie kaufen Lizenzen auf und am Ende kommt irgendein Murks bei rum. Sie fressen irgendwelche andere Spielefirmen und so weiter. Die sind teilweise sehr, sehr ätzend zum Kunden. Sie bringen eine Plattform raus, die wie Steam sein soll und letztendlich nur ein DRM-Programm ist, was, äh, vielleicht auch deine Joya-Daten durchliest, falls du irgendwie Visu-Opfenrechner haben solltest. Das ist bei EA-Pool passiert. Ja, hat's, ja. Solche Dinge. Ja, bei mir auch damals, genau. Was das alles soll. Und, ähm, ja, EA ist nichts Besonderes. Das Einzige, was du gesagt hast, ist, äh, dieser, der Indie-Entwickler, der wohl bei EA aufgetreten ist. Das war ein guter Move, ne? Und EA arbeitet sehr stark daran, sein Image zu verbessern. Aber ich versuche mal nicht, die Dinge zu vergessen, die EA in der Vergangenheit getan hat. Also, man kann sich davon gelogen mit den halt durchlesen. Und auch Ubisoft hat mich sehr oft sehr hart enttäuscht mit der Heroes-Serie. Ja, also, also, ähm, Ubisoft mit Uplay ist eine Katastrophe. Katastrophe. Also, ich muss sagen, schlechtestes Programm ever. Dass ich, äh, dass ich auch, ähm, Spiele von Ubisoft, die Uplay unterstützen, nicht kaufe. Weil ich sage, nee, das machst du nicht. Also, das sind, ähm, nee, nö, gibt's nicht. Ja, ansonsten, glaube ich, war's das. Also, ich fand die E3 sehr gut. War sehr, sehr informatisch. Ja, ist das denn überhaupt schon die E3? Das sind ja eigentlich erst nur die Konferenzen vor der E3, oder? Ja, ja, die, die, äh, die E3 läuft seit gestern dann. Mhm. Die läuft jetzt noch bis Freitag und dann ist zu Ende. Ja, wollen wir hinfahren. Also, es gibt doch viele, viele News. Ja, ja. Schickt uns Geld. Wir fahren hin für euch und denken an euch. Danke. Please donate. Please donate. Nein. Ähm, ja, es, also, ich fand sie dieses Jahr sehr interessant. Ich hab, wie, mal, einfach mal bewusst mir die PKs auch alle angesehen, was ich zuvor nie wirklich gemacht hab. Da hab ich mir einfach eben im Nachhinein immer alles, äh, durchgelesen. Ähm, hab Microsoft abgefeiert, bis zum geht nicht mehr, ähm, ja, natürlich, darf man, da darf man nicht leugnen. Ansonsten freu ich mich ein bisschen auf die Gamescom, obwohl ich diesmal nicht da, da sein werde. Ähm, glaube auch nicht, dass da so viele Neuerungen sein werden. Ich mein, die ist ja schon in eineinhalb Monaten ungefähr. Die Gamescom war mir letztes Mal, wo ich da war, viel zu voll, viel zu viel los. Da ging das ja noch, da warst du ja noch bei, äh, mit, mit, mit uns, ne, mit Romano und Co. und so, das war, das ging noch. Warte mal jetzt ab, jetzt kannst du total vergessen. Okay. Am besten wäre natürlich so ein Pressetag, ne, aber dafür bräuchten wir ja auch ein bisschen, ein bisschen Schmier woanders noch, ne? Ja, mal gucken wir mal. Okay, ich würde sagen, wir machen hier im Moment einen Cut, oder, ja, ein Ende des Podcastes. Das wird immer mal wieder auf euch zukommen, wann wissen wir nicht, kommt immer mal drauf an, ob wir Redebedarf haben, was es so gerade gibt. Ach, ganz zum Schluss, Hardware, ganz zum Schluss. Die, ähm, AMD haben neue Grafikkarten vorgestellt, die AMD Fury X für 650 Euro mit 8 Gigabyte Speicher, die Open Source in Sachen Taktung sein soll. Das heißt, du kannst das Ganze wohl auch, ähm, sehr hoch noch drehen, soll so leistungsstark sein wie eine 780 Ti, sogar noch stärker und soll 4K und 5K funktionsfähig machen. Allein durch die 8 Gigabyte Speicher, kostet 650 Euro und dann gab's noch zwei abgespecktere Versionen und die, die soll sogar wassergekühlt sein, küssigkeitsgekühlt. Also richtig coole Grafikkarte, ich werd mir mal die Benchmarks angucken, kommt im Juli raus, mal gucken, vielleicht baue ich mir vom Weihnachtsgeld da mal so eine Karte ein, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Was kosten denn die kleinen Versionen? Weißt du da was? Die kleinste Karte, ja, die kleinste Karte kostet knapp 100 Euro, ist so groß wie ein Lüfter, also ist so groß wie ein 120er Lüfter wohl, das Ganze. Also ich gucke mal eben, wir sind ja hier, Gott sei Dank, wir sind ja am Internet angeschlossen. Genau, relativ flexibel. Das wollen wir eben kurz gucken. Das ist auch unser erster Postcast, das haben wir vielleicht am Anfang mal gesagt, ich meine, wir sind bestimmt schon bei eineinhalb Stunden oder so und wir wissen noch nicht, ob das ein neues Format wird, ich denke schon, wir haben immer mal Rede begonnen. Ach, wie wir das auch nennen werden, ob wir das einfach nur Pixelbeef-Podcast nennen, weil die Leute, die das vielleicht auf iTunes ansehen, hören werden, die sollten wissen, dass wir halt einen YouTube-Kanal betreiben und dass wir jetzt eineinhalb Jahre hier an der Sache dran sind und dass wir auch erst kürzlich tausend Abonnenten gesprengt haben. Wir sind ganz stolz darauf und danken auch jeden Abonnenten auf YouTube. Auf jeden Fall. Das ist ein großes Ding für uns, das hätten wir vielleicht direkt am Anfang sagen können, aber wir wollten diesen Podcast über die E3 halten und wollten jetzt nicht erst zehn Minuten über unseren Channel reden, weil bis dahin hat jeder, der einen E3-Podcast erwartet hat, abgeschaltet. Deswegen hier sagen wir das nochmal, wer wir eigentlich sind. Genau. Und ja, stolz auf jeden Fall. Ich meine, die Arbeit Robocraft, ganz klar, also es ist deine Arbeit. Robocraft war irgendwo das Zugwert und Robocraft hat mich auch am meisten begeistert. Somn leider jetzt nicht direkt und Somn hatte auch ein paar andere Sachen zu tun und das ist... Mal ein kleiner Pixel, der halt kam, kann man ja so offen sagen. Genau, der kleine Pixel, der halt kam, aber das hat sich jetzt alles normalisiert, dass ich auf jeden Fall wieder sehr aktiv bin. weil man liest hier und da mal so, ja, Robocraft gleich Pixelbeef oder Pixelbeef gleich Robocraft. Nein. Wir haben es in Facebook, wurde es nochmal von einem User thematisiert, da bin ich nochmal drauf eingegangen. Robocraft wird ein Titel bleiben für Bobo Rossa, dafür stehst du, für deinen Namen. So geil, so ein bisschen. Werbung. Das Ganze ist aber, wenn man unsere Info durchliest, weiß man das auch, sind wir zwei Freunde im Diskettenzeitalter. Ja, seitdem. Und haben gesagt, wir wollen zusammen, genau, seitdem und wollen zusammen Gaming repräsentieren für uns, für euch, für jeden. Wir wollten einfach mehr aus unserem Hobby machen. Genau, und das ist auch weiterhin unser Ziel und das bedeutet aber auch, dass wir nicht nur Robocraft zeigen, sondern all das, worauf wir Bock haben und wenn Bobo Rossa irgendwann mal sagt, ach, jetzt habe ich nach vier Jahren Robocraft genug davon gesehen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann ist das so und dann wird das auch so gemacht und so ist es bei mir auch, dass wir halt die Projekte machen, die uns Spaß machen. Das wird bei mir jetzt ganz enorm der Konsolenbereich werden. Ich habe mir die Capture Card, da fehlt den Gabel, das war ganz toll. Sonst hätten wir schon ein bisschen mehr, das heißt, auch dort werden wir wesentlich aktiver sein und wir werden natürlich auch gemeinsam wieder mehr machen. Da freue ich mich schon drauf. Wir waren auch die Aufnahmen mit dir am allerliebsten, Robocraft, das waren sehr gute Aufnahmen, die wir da gemacht haben. Hat doch Spaß gemacht. Ich werde auch, das kann ich schon mal sagen, bestimmt hier und da mal mit dabei sein. Also ich werde bestimmt einfach mal reingucken, vielleicht haben wir einfach mal Bock, was aus Spaß zu machen. Das muss ja nicht an das Meta oder ich weiß nicht, wie man es uns in Robocraft nennt, das muss ja nicht daran liegen, dass man jetzt im High Level, das kann einfach mal sein, dass wir einfach sagen, komm, wir machen jetzt mal aus Just for Fun einfach mal, Just for the Loils, wie man immer so gerne sagt, mal was, das will ich gar nicht abstreiten, dass das von meiner Seite mal nicht gewollt ist. Dass wir da ein kleineres Battle machen und ein kleinerer Level. Genau, ja, genau. Du hast es ja leider nicht zu Ende geschafft. Nee, nein, obwohl ich es gar nicht schlecht finde, aber es ist halt nicht so, so hieß es tatsächlich auch die Reihe Pixelcraft T1 bis T10 in Robocraft und wir sind bei T6 geblieben. Ja, aber kann ja sein, dass wir sagen, okay, ja, vielleicht, ja, kann ja auch mal gut sein, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt doch mal nochmal weiter, ich weiß ja nicht, hast du den noch, den Panzer? Ich hab den auf jeden Fall noch gebraucht. Nein. Ja, dann, nein, aber es kann mal kommen, dass wir mal ein Battle da drin aufnehmen oder so, aber schlussendlich, wie schon erwähnt, sind halt wir zwei und wir zwei bedeutet auch nicht nur Robocraft, sondern auch ein bisschen was anderes. Ich denke mal, Arma werden wir jetzt bald wieder aufnehmen und dann gucken wir mal. Vielleicht kriege ich dich ja auch mal dazu, dass du nach mir kommst und wir zocken mal gemeinsam an der Konsole Splitscreen. Das wäre auch mal was. Da werde ich mich blamieren, aber meine Blamage ist sehr unterhaltsam für alle anderen, ne? Genau, vielleicht, mal schauen, was kommt. Also da, wir sind halt saufroh, dass wir, also tausend Abos, hätte ich nicht gedacht, man hat uns ausgelacht. Man hat uns wirklich ausgelacht. Wir hießen damals auch mal Project G oder Project Gaming und wir haben auch immer gerne GG und sowas gesagt und die ersten Witze waren direkt bei G. Okay, das heißt G, das heißt Gay. Das war sowas von hohl, aber irgendwie haben da sehr viele an Gay gedacht und dachten, ja, wir sind ja sowieso nur Luschen, ne? Ist ja egal, was wir machen und so, ne? und auch die Tatsache, dass wir auch mit Sprachbehinderungen gequält oder nicht gequält, sondern befangen sind. Wir waren beide auf speziellen Schulen damals, das hat uns auch nicht aufgehalten, das zu machen. Ach Quatsch, mein Gott. Ich denke, wir wurden auch immer besser mit unseren Aufnahmen. Das ist ja auch, das ist ja auch Jahre her, also muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen. Aber das hängt halt ein bisschen nach. Ich denke mal, das davon, aber das sollte uns nicht aufhalten. Grundschulzeit. Es gab schon Flames auf dem Channel und ich habe auch Leute gebannt dafür, auch wenn sie Abonnenten waren, wenn sie gesagt haben, Spasti oder so, dann flog der raus. Weg. Und das machen wir auch heute noch. Also sobald wir merken, dass sich jemand daneben benimmt, egal gegen wen es ist, ob es gegen andere Kommentator sind, gegen andere, die kommentieren, ob es gegen unsere Person sind, dann werden die sofort gebannt. Das wird auch weiterhin so folgen. Also da sind wir rigoros. Wir gehen halt beide an die 30 ran. Wir sind erwachsen, wir gehen arbeiten, wir stehen im Leben und ich glaube, da muss sich keiner von uns beiden das gefallen lassen, dass wenn einer mal ein bisschen weiter ausholt. Soll es geben, gibt es auch bei uns, aber es ist eher selten, muss ich sagen. Ja, war selten, ja. Wir haben junge Leute bei uns, ist auch gut so, die sich eigentlich alle ziemlich zu benehmen wissen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Wenn man das so in den Kommentaren liest. Wir haben da beide den Finger drauf. Also es ist, wir gucken täglich da rein und wir gucken täglich Kommentare an. Wenn Bob Rosser mal nicht da ist oder ich bin mal nicht da, dann kann das auch schon mal sein, dass der andere halt mal kurz einen Text schreibt und sagt, hey, da ist was ich mache. Vor kurzem dieses, wann kommt denn mal wieder ein Robocraft-Video? Da habe ich dann schnell mal drunter geschrieben, da ist was in Arbeit. Wann oder so. Ich wusste wann, das werde ich aber nicht sagen, aber das machen wir dann schon. Und da haben wir beide im Blick für. Auch das 1000-Abonnenten-Special ist in Arbeit. Ich habe mir tatsächlich was vorgenommen, was irgendwie mehr Arbeit bedeutet. Auch wenn es am Ende vielleicht nicht danach aussieht. Aber es ist ein großer Mitschnitt aus allen möglichen Aufnahmen. Es soll zeigen, wie lange wir das machen und wie viel Arbeit das ist und wie viel Zeit da vergangen ist. Es sind eineinhalb Jahre und was alles passiert ist. Und es soll auch ein bisschen ein paar Highlights sein drin. Deswegen muss ich mir sehr viele Sachen angucken. Ich muss sehr viele Sachen umkonvertieren, damit ich es überhaupt nutzen kann. Und das Schneiden ist auch nicht, das dauert auch alles. Und was wollte ich noch sagen? Das ist schon Arbeit. Es ist schon sehr viel Arbeit. Und es wird wahrscheinlich nicht unbedingt das 1000-Special, sondern vielleicht das 1070-Special. Ja. Das soll kommen. Genau, das wird auch kommen. Und dann werden wir einfach mal gucken, was so die nächsten Jahre noch auf uns zukommt. Also wir werden auf jeden Fall weiter am Ball sein. Wir bauen natürlich auch so ein bisschen weiter aus. Das ist auch klar. Ich meine, der Konsolen-Bereich hat ja auch einen Grund, warum man das macht. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, klar, es macht Spaß, aber man versucht ja auch, mit anderen Projekten andere Leute ranzuholen. Das ist ja nun mal so. Man freut sich ja darüber, wenn es dann Leute gibt, die dann Arma halt gucken, weil sie bei uns Arma verfolgen. Und dann gibt es halt die Leute, die dann Robocraft gucken. Vielleicht gibt es dann irgendwann die Leute, die Xbox gucken bei uns. Das ist halt, ne? Aber uns geht es nicht um irgendeinen Profit. Darum, wir haben noch keine Geldsache drin. Das ist auch alles nicht so einfach. Und ja, will ich mich auch gar nicht so mit befassen. Brauchen wir auch erst mal nicht. Ich glaube, wir sind eigentlich nur zwei Schritte davon entfernt und wir hätten sofort eine Monetarisierung drin. Ich glaube, wir brauchen nur noch so eine Art, unser Channel ist schon dafür freigeschaltet. YouTube sagt, ja, ihr dürft. Wir haben nur die einzelnen Videos nicht freigeschaltet und ich glaube, wir brauchen noch so eine Art Vertragsdingen. Gewerbeschein, etc. pp. Ja, und dann sollten wir das schon machen. Aber wir sehen es momentan nicht, dass wir das so ernst auch betreiben wollen. Irgendwie geht dann vielleicht auch der Spaß an der Freude ein bisschen verloren, wenn wir gucken, wie viel Geld kriege ich jetzt dafür? Kriege ich jetzt ein Euro mehr im Jahr? Richtig. Also klar, würde ich mich schon freuen, also wenn ein Netzwerk anklopfen würde, ein gutes. Ein gutes. Also wir hatten Netzwerke angeklopft, die natürlich langweilig waren oder ziemlich böse schon. Ja, also dann ist das schon was anderes. Freedom, Freedom, genau. Das war aber nicht so gut. Aber so ein GameStar-Netzwerk oder so was. Genau. Gute Netzwerke. Die sind ja, genau, da wäre schon so. Natürlich, ich meine, wir würden uns auch freuen, wenn man da mal den einen oder anderen Groschen macht. Aber wir gehen halt und beide hauptsächlich arbeiten. Das ist ja unser Hauptziel, was wir haben und das verfolgen wir auch weiter. Mir hat letztens einer gesagt, ja, du musstest deinen Videos ja noch ein bisschen mehr schneiden. Das war ein bisschen langatmig und ein bisschen Musik hinterlegen. Und wenn du damit Geld verdienen oder Erfolg haben willst, dann muss es schon besser sein. Ich dachte so, oh, da will ich eigentlich gar nicht. Und dann meinte er zu mir, sein Name war Bedskid, hättest du aber wohl gesagt, dass das nicht schlecht wäre. Und ich so, ja, nicht schlecht. Natürlich sagst du nicht, es wird mir nicht gefallen, wenn ich damit kein Geld verdienen könnte. aber das ist nicht das Ziel unserer Sache. Richtig. Ich meine, ich meine klar, wenn ich, wenn ich mit YouTube, Twitch und Co. mein Geld verdienen könnte, das, was ich bräuchte, ja, und das ist, das sind nicht 100 Euro, um davon leben zu können, würde ich klar mein Hobby zum Beruf machen wollen. Aber schlussendlich, denke ich mal, ist das nicht so realistisch. Also, vielleicht mal, ihr und da mal, später mal den ein oder anderen Groschen da mitzumachen, wäre schön. Vielleicht ist das auch machbar. Aber, ähm, es gibt ja viele, viele große YouTuber, die davon leben. Aber, da braucht man auch enorme Klickzahlen. Und ich glaube, das ist 2015 nicht mehr so möglich, wie es denn noch mal vor ein paar Jahren war, wo man halt, sich hat besser aufbauen können. Aber ich denke mal, das muss auch nicht sein. Da muss man einfach sehen, was auf einen zukommt. Das Leben ist immer sehr variabel. Wer weiß, was in fünf Jahren ist. Was seit eineinhalb Jahren bei uns in der Channel-Beschreibung steht, dass wir einfach mehr aus unserem Hobby machen wollen und dass wir, äh, zwei Leute sind, die schon lange gegamed haben und mehr sind wir nicht. Das stimmt immer noch eigentlich. Genau. Das ist so geblieben. Und das soll auch so bleiben. Und ich denke mal, das ist ein schönes Schlusswort für den Podcast, der jetzt fast drei Stunden geht. Ich weiß gar nicht. Oder zwei Stunden. Podcast, Pixelcast, äh, Pixelcast. Wir werden uns das noch aussuchen. Okay, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal irgendwann. Und wenn ihr das jetzt alles gesehen, gehört habt, seid ihr unsere treuesten Fans. Also wirklich, dann danke, wenn ihr das, das Ding gefresst habt, das ganze Ding. Wow. Seid ihr voll. Schreibt es unter die Kommentare. Okay, bis zum nächsten Mal. Euer Sorbin und euer Bobo Rossa. Bye, bye. Bye, bye. Magen wir noch GG? GG.